Wie gerade schon angekündigt, mache ich nochmal eine ganz kurze offizielle Begrüßung auf dem GEDATA Campus. Mein Name ist Anja, Anja Beuthal, arbeite hier seit vier Jahren und sehr gerne bei dem Antivirensoftwarehersteller, falls ihr euch immer schon gefragt habt, was GEDATA macht. Ja, wir stellen Antivirensoftware her und das schon seit über 33 Jahren hier in Bochum. Sind dem Standort auch immer treu geblieben, konnten den Campus jetzt auch komplett hier kaufen und herrichten als attraktiver Arbeitgeber im Ruhrgebiet. Zu viel Werbung möchte ich nicht machen, aber offene Stellen haben wir heute auch ausgelegt, falls sich jemand bewerben möchte. Ansonsten, was muss ich heute erzählen? Wir zeichnen die Veranstaltung auf, also alle, die nicht auf dem Film sein möchten, bitte nicht umdrehen oder keine Fragen stellen, aber das würde ich euch bei dem Thema vielleicht nicht empfehlen. Also es ist ja mit Jörg Vollmer eine interessante Veranstaltung. Ich habe das Thema mir versucht nochmal drauf zu packen, aber der Jörg Vollmer wird euch das ganz besonders gut vorstellen können. Kotlin, so viel habe ich zumindest auswendig gelernt. Ihr habt hoffentlich schon gut gegessen, vegetarischen und einen fleischigen Auflauf aus unserer Küche und ich glaube Apfelkuchen ist es als süße Variante. Ansonsten noch kurz zum Ablauf, wenn die Veranstaltung vorbei ist, nutzt ihr bitte den Eingang links neben der Drehtür, wo ihr reingekommen seid. Da ist heute, ist zwar Notausgang, aber wir schließen gleich die, aus Sicherheitsgründen, die Drehtür ab. Also das wäre ganz toll, wenn ihr dann einfach den linken Ausgang wählt. Und jetzt übergebe ich schon an dich Thomas, freue mich auch, dass du wieder da bist und herzlich willkommen nochmal zum Meetup der Softwerkskammer im Ruhrgebiet. Bochum, tschüss. Achso, lange draufdrücken und dann geht's. Okay, für Fragen bleibe ich schon. Klasse. So. Jörg? Ach, ich stelle mal deinen... Ja, dann kannst du das... Oder nichts. Ist ein Äppel, ne? Ja, ja. Ja, dann lasse ich lieber die Finger. Ja, ja. Kommt noch was? Hat er schon ein Besteck, Thomas? Ja. Ja, da musste ich auch mal einfach hin und her schwitzen. Ähm. Da war's. Ja, da ist es. Was willst du noch mal? Was? Noch mal switchen? Ja, das ist doch besser. Ja, jetzt kann ich viel besser lesen. Ähm. Ja, hallo auch von mir. Ich bin der Thomas. Ähm. Mit Kevin und Matthias und Sandra und Georg organisieren wir das Ganze hier. die Softwareskammer Ruhrgebiet. Wer ist denn das erste Mal heute bei der Softwareskammer dabei? Boah, immer wieder neu. Sehr schön. Ja, cool. Ähm. Wir haben gleich noch was zu verlosen. Das brauche ich mal hin. Genau. Ähm. Geht das hier irgendwie weiter? Ja. Das habe ich gefragt. Wer ist da? Ja. Äh. Genau. Für die, die neu sind, vielleicht einmal eine kurze Referenz, warum wir das Ganze hier tun und was das ist. Also, die Softwareskammer ist eine Community hier in Deutschland, die sich quasi aus der Craftsmanship oder Crafting Community gebildet hat. Das ist die, gebildet hat, das ist die internationale Community, die auf diesem Manifest unter anderem basiert. Das gibt es im Internet, das kann man unterzeichnen. Es geht halt darum, die agilen Werte nochmal ein Stück weiter zu treiben und ein bisschen auch mehr auf das Handwerk eben, auf das technische legen, aber eben auch sowas wie solche Communities zu bilden und ständig zu lernen und sein Wissen weiterzugeben und zu teilen. Das könnt ihr gerne nochmal nachlesen. So, was sind wir hier im Ruhrgebiet? Wir haben zwei Standorte aktuell, das sagt man so, aber ja genau. In Bochum, hier bei G-Data sind wir ungefähr jeden ersten Dienstag im Monat oder wann wir wollen, steht ja da. In Dortmund sind wir bei der CodeCentric AG, die nennt sich auch manchmal da Digitale Werkbank oder Blackframe, das ändert sich irgendwie gefühlt wöchentlich. Das ist jeden dritten Monat, jeden Mittwoch, dritten Mittwoch im Monat. Und wir machen halt verschiedene Events, das sind so Vorträge wie heute, der Jörg macht, das sind so Frontvorträge. Wir machen aber auch Workshops oder Lean Coffees oder mal Coding-Kartas, Coding-Dojos, also unterschiedliche Dinge, die halt so im Alltag man vielleicht nicht macht als Softwareentwickler und geben halt einen Raum und die Zeit, sich da mal auszutoben. Es gibt verschiedene Kontaktmöglichkeiten, wie ihr wahrscheinlich, oder die meisten wahrscheinlich sind über Meetup hier. Wer ist über Meetup dazugekommen? Okay, wer kennt diese Softwares-Kammer-Org-Seite? Auch ein paar, ja. Also da kann man sich auch anmelden, wir joinen das immer irgendwie, das ist egal, im Moment boomt halt Meetup. Dann haben wir noch einen Twitter-Account. Wer hat Twitter? Okay. Und Slack gibt es auch noch, das ist dann von der ganzen Software-Crafting-Community, Crafters heißt das, da gibt es einen Channel, Ruhrgebiet, da kann man sich auch austauschen. Es gibt auch einen Ruhr-Orga-Channel, wenn man sich bei der Organisation beteiligen möchte. Genau, generell gilt, wir sind offen für alle möglichen Technologien und Themen, die halt die Softwareentwicklung betreffen. Wir sind auch nicht jetzt auf Java oder irgendwas fokussiert. Genauso gilt das für den Skill-Level, den man hat. Also oft werden wir gefragt, ja, aber ihr seid so die Elite und voll die Professionals. Das stimmt natürlich, aber nein, wir sprechen halt alle Skill-Level an. Also man kann hier auch als Nicht-Software-Entwickler viel lernen und eintauchen, aber eben auch so zu Beginnern, also wenn man sagt, ich will halt jetzt, so wie heute, eine neue Sprache kennenlernen, da sind wir immer offen für neue Themen und neue Kandidaten. So, jetzt ein bisschen Werbung für die folgenden Vorträge, die so anstehen. Bis Ende dieses Jahres sind wir ziemlich ausgebucht. Jetzt auch im Oktober in Dortmund gibt es einen Vortrag zu Parcel.js. Keine Ahnung, was das ist, ich kenne mich mit JavaScript nicht so aus. Sehen Sie so ein Web-Bundler oder sowas? Auf jeden Fall spannend. Der neueste heißt so Scheiß. Und dann gibt es hier wieder in Bochum im November einen Vortrag Eat Your Own Dog Food. Ich glaube, da geht es um Architektur und Continuous Delivery, wie man so, glaube ich, methodisch und technisch alles aufbaut in so einem Enterprise-Umfeld. Ich habe keine Ahnung, lest euch das durch bei Mita. Genau, das ist eine spezielle Veranstaltung, der Global Day of Code Retreat im November. Das ist außer der Reihe ein Ganztages-Workshop, könnte man sagen. Ist dann Samstag, wir fangen auch recht früh an, für manche vielleicht zu früh, neun Uhr oder so, glaube ich. Wer kennt ein Code Retreat oder das Format Code Retreat? Okay, dann erkläre ich das mal kurz. Also man trifft sich da in einer Gruppe, glaube ich, von 25, 30 Leuten und programmiert den ganzen Tag immer wieder das Gleiche. Aber man fängt immer wieder von neun an. Also der Tag teilt sich in Blöcke von ungefähr einer Stunde, man nimmt die Tagspause und die Stunde teilt sich nochmal in einer dreiviertel Stunde Coding Session und eine Viertelstunde Retrospektive. Und was man sich da vornimmt an dem Tag, ist das Game of Life, also das konzeptionelle Problem, oder das ist ja auch ein Spiel, mit dem Spielbrett, wo man lebende und tote Zellen hat und dann immer eine Generation weiter sich entwickelt und die Zellen entsprechend sterben oder aufblühen, genau, leben. Und da geht es gar nicht mehr so um dieses Spiel, sondern darum, dass man eben innerhalb einer so einer Session zum Beispiel eine neue Sprache lernt oder sich methodisch weiterentwickelt, indem man seine IDE irgendwie lernt, Shortcuts oder sowas. Das Ganze machen wir im Pair, also in jeder Session wechselt man zu einem neuen Partner, man teilt sich also die Programmierung quasi auf und am besten alles testgetrieben. Das ist auch eine super Gelegenheit, das Ganze zu lernen, also das methodische Analyse, Pairing ist auch nicht so einfach, aber insbesondere Test-Driven-Development. Und dann ergeben sich im Laufe des Tages mit jeder Session neue Rahmenbedingungen, also es kommen so Regeln dazu, dass man zum Beispiel keine Schleifen mehr benutzen darf, beim Coding, oder dass man, was gibt es denn noch so, nicht mit seinem Pair sprechen darf, also auf unterschiedlichen Ebenen oder nicht mehr die Maus benutzen darf oder gar keine IDE, nur den VI oder sowas. Also da gibt es, das wird immer auf die Gruppe abgestimmt, also da nochmal die Betonung, da kann jeder kommen, jeder kann was lernen und mitnehmen, jeder kann auch was beitragen, egal ob Anfänger oder Profi. Dadurch, dass wir die Pairs immer mixen, gibt sich immer wieder neue Konstellationen. Genau, also das finde ich ganz spannend. Ich weiß gar nicht, ob wir noch Plätze frei haben, müsst ihr bei Meetup mal gucken, aber ich glaube, da geht immer noch was. Ja, Groovy Shell Scripting, das ist der Georg mit einem Vortrag in Dortmund im November auch. Sehr cool, lohnt sich auf jeden Fall. Mal gucken, was Kotlin so zu bieten hat. Und das weiß ich jetzt gar nicht, das habe ich nur gelesen im Netz, ein bisschen Shadow-Testing, auch im Vortrag hier in Bochum. Was steckt dahinter? Das ist eine Frage, die ich habe auch gedacht habe, das stellt uns, dass die Testungstruktur bei den Team-Vortrag und die Kollegen sie zu den reichen Stattungssystemen aufzunehmen haben, damit damit festzunehmen ist. Okay, cool. Also lohnt sich auch. Noch eine andere Veranstaltung, die jetzt auch deutschlandweit oder international ist inzwischen, die Socrates Software Craft and Testing Konferenz, die ist in Soltau in der Regel. Nächstes Jahr im August, das ist jetzt 2018, die ist dieses Jahr schon gelaufen. Das ist eine Unconference, die so drei bis vier Tage geht. Sehr günstig, ist was völlig anderes, was man sonst so von Konferenzen kennt, also einer Jaxx oder sowas. Sehr spannend, weil das ganze Prinzip auf dem Open Space eben ausgelegt ist und die Agenda entwickelt sich erst dort immer am Morgen des Tages und dann gibt es auch den ganzen Tag Sessions, sogar bis tief in die Nacht und man kann halt auch selber Themen mitbringen, Sessions einbringen, vorschlagen und es ist auf jeden Fall sehr spannend. Man muss da mal ein bisschen auf die Seite gucken, das lohnt sich. Es ist leider eine Lotterie, also man kann kein Ticket direkt kaufen, sondern man registriert sich halt dafür und wenn man Glück hat, bekommt man ein Ticket. Aber in der Regel sind die Chancen recht gut, wobei je populärer die Konferenz wird, desto schwieriger wird es, glaube ich, die Tickets zu bekommen. Quad-Legend. Achso, jetzt kommt aber auch der Dank an unsere Sponsoren, genau. G-Data natürlich, hier in den Räumen und für das tolle Essen und JetBrains, die uns diese Lizenzen-Sponsoren, ja, wie läuft das jetzt? Raffle, genau. Ich muss jetzt hier irgendwie so ein Groovy-Skript ausführen und dann sucht ihr einen Namen aus. Hat sich jeder bei Meetup angemeldet oder gibt es hier welche, die sich gar nicht angemeldet haben? Die müssten wir noch mit reinnehmen. Nein, okay. Mal gucken, wie das geht. Achso, wie viele haben wir? Diese beiden hier, ja? Also, genau. Das sind Free Personal Subscription, Discount-Code für JetBrains, IDEs, die haben ja einiges im Programm. IntelliJ ist auch dabei, aber auch App-Code, keine Ahnung, ReSharper, wer macht denn sowas? Ruby Mine, WebStore, das ist, glaube ich, für JavaScript. Nein, gibt es auf jeden Fall cool, ich muss das auch. Zwei Stück, das heißt, ich drücke jetzt zweimal Enter und dann... Okay, Nico W-Punkt. Wer outet sich als Nico W-Punkt? Ja, schade. Ja, ich habe schon gesehen, es gibt drei Matthias, da müssen wir gleich mal gucken. Okay. Dirk G, der ist aber hier. Auch nicht. Aha. Michael K, den kenne ich doch. Ja. Kannst du es gebrauchen? Ich habe als Studium eher eine... Okay, das ist eine Motivation. Ja, willst du es haben? Also, wenn ich irgendeine dazu gebrauchen habe, ich habe gehört, ach, weiter. Das ist doch ein langes Studium vor dir, habe ich gehört. Ingo M. Wer gibt es das denn? Die Leute melden sich nicht ab. Sind das nur die Anmeldungen? Oder... Das sind jetzt alle 800 Teilnehmer, Mitglieder der Softwareskammer. Okay, das kann... Teresa. Auch nichts. Ja, brauchst du so eine Lizenz? Theoretisch, ja. Ja, das musst du jetzt nicht machen. Als Kotlin. So, dann haben wir noch eine. Der Frank ist auch nicht da, oder? Ne, den habe ich dann noch nicht gesehen. Mach mal den. Ich glaube, das Skript ist stateless. Kann das sein? Nein, das ist nicht stateless. Der kann sich Lisa, der hat für zweimal das Meetup gehackt. Meetup gehackt. Mit Kotlin. Mark B. Christoph Pater ist das. Der ist immer mit drin, weil der Orga ist. Salahi. Ja. 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 Okay. Wie kann ich das Skript abbrechen? Oh, es geht immer weiter. Ja, okay, macht Spaß. So, also nochmal der Aufruf, wenn ihr Themenvorschläge habt, ob ihr gerne mal was Bestimmtes hören wollt oder ob ihr selber ein Thema habt, so wie der Jörg, was euch am Herzen liegt, was ihr hier vortragen wollt oder einfach einen Workshop macht, kommt auf uns zu über die genannten Kanäle oder direkt persönlich. Kevin, Matthias, ich oder eben per E-Mail, wie auch immer. Findet einen Weg, wir freuen uns darüber. Dieses Jahr sind wir halt schon, glaube ich, ausgebucht, aber nächstes Jahr ist noch genug. Und damit sind wir auch schon fertig und endlich hören wir den Jörg zum Thema Kotlin. Vielen Dank. Applaus Ich mache noch mal ein bisschen Strom drauf. Das habe ich eigentlich hier. Da wäre der Code. Was ich noch bräuchte, wäre, wenn das geht. Ja, eigentlich schon. Da wollte ich eigentlich hin und her. Ja, genau. Darstellung eigentlich Vollbildmodus. So, das ist schon mal gut. Hast du auch noch, ne? Und dann kann ich hier hin und her. Das ist sehr gut. Und mal gucken, ob der geht. Ja, auch gut. Okay. Ja, dann begrüße ich euch recht herzlich. Ich hoffe, das flackert das noch. Hat sich jetzt... Hat sich jetzt... Kannst du noch mal reinstecken? Bitte? Noch mal reinstecken. Jetzt geht die Biologisierung. Ja. Diese Technik gemacht. Nein, das ist ein Meckbuch. Jetzt versteht man die Professorin, der Uni besser war. Ja auch. Ja, warte mal. Okay. Ich glaube, das... Ja. Den ganzen Klaus. Flackert nicht mehr, ne? Okay. Gut. Ja, dann nochmal begrüße ich euch zu dem Vortrag über Kotlin. Vorab würde ich ganz gerne eigentlich mal wissen, damit ich mal auch mein Tempo steuern kann, wer ist denn von euch schon richtiger Kotlin-Entwickler? Also ihr seid quasi... Okay, einen haben wir und noch einen, ja. Aber die meisten wahrscheinlich sind bei euch da, die um die Sprache mal kennenzulernen und haben noch nicht so viel erfahren. Wer kennt denn Java? Oh Gott, ja gut. Okay. Dann würde ich sagen, dann gehe ich den Weg, wie komme ich von Java zu Kotlin und stelle die Sprache mal irgendwie von Anfang an vor. Ich hatte schon überlegt, man kann auch, wenn ihr alle jetzt Kotlin gekonnt hättet, hätte man schon bei einer Anwendung anfangen können, aber ich fange mal von vorne an. Gut. Ich kann auch nicht mehr ganz objektiv über Kotlin jetzt berichten, weil ich war jetzt am Wochenende auf der Kotlin-Konf und bin da auch ein bisschen Gehirn gewaschen worden, was die Sprache angeht. Also ich werde wahrscheinlich unterschwellig auch immer ein bisschen Werbung dafür machen, also nicht übel nehmen. die war sehr schön, war in Amsterdam, viele Leute kennengelernt, war eine prima Veranstaltung und viel erfahren, was jetzt auch die nächsten Schritte in der Entwicklung bei JetBrains sind. Also die sind da sehr, sehr engagiert bei JetBrains, was auch die Sprache angeht. Wie bin ich zu Kotlin gekommen? Da sind eigentlich zwei Personen schuld. Ich glaube, die eine Person wird man hier schon kennen, das ist der Holger Große-Klankermann von Cozentrik, mit dem ich zusammen in einem Projekt war und der mal irgendwann gesagt hatte zu mir, wir müssen uns mal Kotlin angucken, das soll ganz geil sein und ich wüsste auch noch gar nicht, was das war und das war eigentlich der Initialzeitpunkt, wo ich dann mal im Internet geguckt habe, nach YouTube-Videos, gehöre jetzt eigentlich ja schon zu der älteren Generation, aber um mal was Neues zu lernen, gucke ich auch YouTube-Videos am liebsten und da ist mir dann die Svetlana Isakova dann als erste als YouTube-Video erschienen, die mit, das ist auch ganz interessant, mit dem Titel You can do better with Kotlin und die hat mich eigentlich, obwohl ich erst mal ein bisschen skeptisch bin bei diesem ganzen Neusprachen-Hype, der jetzt zur Zeit herrscht oder auch schon ein bisschen herrschte, die hat mich doch ein bisschen angefixt, da weiterzumachen. Das ist übrigens auch die Buchautorin von Kotlin in Action, die Co-Autorin und macht ab 27. Oktober, wer da Lust hat, bei Coursera, das ist ja so ein Weiterbildungsportal, macht die auch einen Kotlin-Kurs für Java-Kenner und quasi auch so einen Umstieg. Also wer da Lust hat, kann sich noch anmelden, ab 27. ist das enrolled. Gut, was sagt man immer über Kotlin? Kotlin ist knapp und bündig, kurz und bündig aber auch, muss ich sagen, nicht so knapp wie Perl zum Beispiel, dass man jetzt, dass es nur noch kriptisch ist, mit dem Ziel of Readability und das war schon immer das Ziel der Kotlin-Entwickler. Man sagt auch Expressive, das stimmt, man kann eigentlich alles kürzer ausdrücken als in Java, das werden wir auch gleich an Beispielen sehen. Dann pragmatisch, man muss nicht viel drum herum bauen, das geht zum Beispiel auch was die Collection-API angeht, die kann man direkt die Java-API nehmen, damit lassen sich auch so ganze Frameworks, jetzt wie die ganze Spring-Sache sehr leicht einbinden und alles, was es im Java-Umfeld gibt, an JavaFX und so weiter, ist eigentlich sofort ohne irgendwelche Konverter und so benutzbar. Ein neues Feature, was ich sonst aus keiner anderen Sprache in der Form kenne, ist die Nulls-Hafetiness, die werde ich gleich mal speziell noch zeigen, Functional, da gab es ja erst viele Kritiker, die so aus der Skala-Ecke kommen, nichts kann ja eigentlich besser als Skala sein, wenn man in dem JVM-Bereich ist und haben gesagt, da geht ja dies und das nicht, aber ich muss sagen, persönlich ist Functional genug, sehen wir gleich auch noch einige Beispiele und was eigentlich ein Hauptpunkt ist, was eigentlich keine andere Sprache auch so derart gut kann, ist, man kann Kotlin und Java direkt mischen, sowohl in der IDEA, aber auch in Eclipse geht das mit dem Kotlin-Plugin, das heißt, man könnte jedes Java-Projekt wirklich klassenweise umstellen und muss nicht irgendwie eigene Jars bauen und erstmal die ganzen Module umstellen. Ja, und mittlerweile supportet das viele Plattformen, man kann Kotlin-Code nicht nur auf die JVM kompilieren, auch nach Javascript, also nach Node, nach Android und inzwischen funktioniert auch das Native gut, also Kotlin ist auch kompilierbar nach Windows, Linux, macOS und auch iOS. Was das für die Mobile-Entwickler natürlich auch interessant macht, dass man einmal den Code schreibt und der läuft dann gleich auf den mobilen Geräten. Sonst von der Sprache her kann man sagen, ist es, haben die JetBrainer sich gedacht, irgendwann mal, wir wollen selbst mal eine neuere, modernere Sprache für die Eigenentwicklung der IDEs benutzen, sind dann auf Skala gekommen und hatten dann aber festgestellt, da ist doch alles noch so ein bisschen langsam und auch manches auch nicht performant genug und haben dann versucht eigentlich so diese ganzen Best Practices, die sie von den anderen Sprachen kennen, die schreiben ja ihre IDE-Nummer für fast jede Sprache, mal zu mixen und daraus dann eine neue Sprache zu machen und da ist dann eben Kotlin rausgekommen. Um das mal so ganz kurz einen Abriss zu machen, um das mit Java zu vergleichen, würde ich mal sagen, so diese ersten 20 Sachen, wo sich irgendwie, wo die Parallelen zu Java sind und wo es sich unterscheidet. Also es gibt irgendwie kein Void mehr, das heißt Unit, das kennen die Scala-Leute auch schon. Was jetzt irgendwie ein Java-Object ist, ist hier EMI, eigentlich genau genommen ist das any null nüppel, kommen wir gleich noch zu, aus Integer wird int, aus String, die String Arrays gibt es nicht mehr, das sind dann schon richtige Klassen auch, die Kleintüten gibt es nicht mehr, die gibt es nur noch unter der Haube, da wird es berankompiliert, aber in der Sprache gibt es nur noch die großen, die großen Typen. Das new kann man weglassen, das macht man nur noch ohne new, sonst bleibt alles gleich. Aus dem Switch ist ein When geworden, was aber auch wesentlich mächtiger auch ist, sehen wir gleich ein Beispiel und diese ganzen Kommandos in Kotlin, jedes Kommando returnt auch was. Also auch die If-then-Else-When-Sachen, die If-then-Else, da braucht man jetzt nicht mehr diesen Ternären-Operator in Java, sondern man schreibt return if x gleich 0, also das, else, das. Das gleiche geht mit When, das gleiche geht auch mit Try-Catch und so weiter. Und hier, das kennt man vielleicht von Scala auch, also diese normale Anweisung, der Mutable-String, es wird mit dem Kürzel war abgekürzt und was in Java-Final war, das wird zu Val. Das ist das Typische. Semikolon, das lässt man weg, gleich gleich in Stelle von Equals, man braucht kein Equals mehr, die Getter und Setter fallen weg, da hat man sich das wahrscheinlich eher so von C-Sharp abgeguckt. Die ganzen Casts, sehr viele Casts braucht man nicht zu machen, die sind eher selten, weil die Type-Inferenz beim Kotlin-Compiler ist wirklich tierisch gut und die ist in der Version 3.0, die jetzt rauskommt, nochmal ein bisschen verbessert worden. Singletons gibt es einfach mit dem Object, also anstatt Class schreibt man Object, damit hat man automatisch ein Single-Objekt, das ist auch ganz cool, Value-Objects sind sogenannte Data-Classes und die Argumente können dann benahmt sein und optional sein, was man ja jetzt in Java 10 auch machen will. Dann gibt es von, wer Python kennt, der kennt irgendwie auch dieses Ding, dass man also umgekehrt ein Objekt hat und dekonstruiert das, dass man Klammer auf hat und kriegt dann die einzelnen Bestandteile der Klasse dann zurück, das gibt es bei Data-Classes, ist das auch automatisch drin, dann gibt es Pair und Triple als Standardtyp und anstatt von statischen Initialisierungen gibt es die sogenannten Companions und Objekts, die sind vielleicht aber bei Deprecated, aber wollen wir mal gucken. Es gibt keine Checked Exceptions mehr, sondern nur noch Unchecked Exceptions, der Grund, kann man sich auch mal durchlesen, aber der geht grob so, Checked Exceptions sind zwar eigentlich gut, wurden aber nie gut benutzt, die haben sehr viele statistische Untersuchungen gemacht im Java-Code und das meiste, was man zu über 90% findet, ist Try, Catch, Stings, Pump, Throw, New, Runtime, Exception, E, rein und fertig. Das ist so der Standardfall der Fehlerbehandlung und da hat man sich gesagt, dann braucht man diesen Boilerplate eigentlich auch nicht mehr. Wir präferieren lieber mal in unserem idiomatischen Kotlin-Stil ein vernünftiges Fehlerbehandlungssystem, kann man auch ein bisschen drüber lesen. Einfachstes Beispiel, Hello World, die Funktionen fangen mit Fun an, das ist so, gab es auch natürlich wieder Kritik, man kann das ja nicht noch Spaß haben dabei, aber das war eine Entscheidung, die ist jetzt auch geblieben, Printline anstatt System Out Print und das wäre das einfachste Hello World Programm. Man kann hier, das haben auch viele Sprachen ja hier inzwischen, anstatt diese ganzen Stringketten mit Plus aufzubauen, hat man das halt mit Semikolon und geschweiften Klammern und kann dann hier auf den String zugreifen, dann gibt es auch von, wer es von Groovy gewohnt ist, diese Strings, die über mehrere Zeilen gehen, man kann dann auch hier sowas wie Trim Margin machen, dann ist dann automatisch, wenn man hier so einen senkrechten Strich vorsetzt, ist das automatisch dann links gebündet, gibt es auch ein Trim Indent, dann sind die ganzen vorderen Leerzeichen weg, dass man das so einrücken kann, das ist eigentlich ganz nützlich für manche Textkopien, sehen wir gleich mal noch. Und jetzt kommt natürlich mal der typische Vergleich, Concise, der Vergleich von Kotlin zu Java, da habe ich jetzt mal so ein paar Beispiele genommen, die aber wirklich jetzt nicht extra rausgewählt wurden, um zu zeigen, wie kurz Kotlin sind, sondern das ist einfach so, im täglichen Alltag kommt das ja immer wieder vor. Also diese Java-Klasse, die mal so typischerweise geschrieben ist, mit einem Bember Name und einem Konstruktor und Getter, die würde dann in Kotlin würde die einfach nur so lauten. Ich habe immer mal so einen Kasten drum gemalt, um die Größe mal zu vergleichen. Also hier gibt es wie bei Scala, gibt es einen so einen Standard-Konstruktor, der, da sind quasi als Parameterliste die Members aufgelistet und man kann zusätzliche Konstruktoren auch noch dann zugeben, aber dadurch, dass man ja diese optionalen Parameter und die Parameter benahmen kann, muss man auch längst nicht mehr so viel Konstruktoren überladen. Dann, bitte? Also die Frage war, ob jetzt, wenn ich hier einen Namen mache, ob es dann automatisch einen Zetter gibt. Also hier bei Wall nicht, weil die Wall ist ja, ja eigentlich auch, also unter der Haube gibt es immer auch, gibt es die Getter und Zetter, die lassen sich auch überschreiben, die gibt es implizit, aber die, eigentlich das idiomatische Vorgehen ist eigentlich die quasi so zu benutzen wie Properties und nicht, man schreibt keine Getter und Zetter und in der Regel überschreibt man die auch nicht. Man kann das machen, aber, noch eine Frage? Ja, war geht auch, wenn man war hinschreibt, geht, kann man ganz normal drauf zugreifen, ja. Man würde aber eine Zuweisung immer mit Name gleich irgendwas machen und nicht mit Z nehmen. In Kotlin sind die umgekehrt, sind die Klassen automatisch Public und dafür aber Final und wenn man die öffnen will, dann muss man da Open vorschreiben, da gibt es auch noch nur Kritik, da weiß man noch nicht, ob man das so lassen wird oder nicht und dann gibt es, was ich vorhin schon gesagt habe, dieses berühmte Data Class und wenn die, die hat in dem Falle hier zwei Parameter, also Namen und Alter, String und Int und hat aber zusätzlich gleich die ganzen Zetter unter der Haube und Equals und Hashcode und man sieht das ja hier, das wäre das Pendant in Java, hat die quasi eigentlich schon implementiert. Da gibt es auch noch eine Standard-to-String-Methode und auch vor allem eine Copy-Methode. Die Copy-Methode ist eigentlich, die sollen eher die Funktionalen benutzen, damit man nicht irgendwie auf einer Mutable Instanz settet, sondern da ist ja eigentlich der Stil eher, ich nehme eine Kopie von meiner Person und ändere dabei irgendwie einen Wert ab und dann kann man direkt schreiben Copy und dann den benahmten Parameter, den man ändern will, übergibt man als Parameter und hat dann gleich die Kopie. Dafür ist das eher gedacht. Was man so in Java gemacht hatte, um so eine Kette Null-Safe zu programmieren, war ja eher so dieses Ding, das kann man in Kotlin jetzt auch mit dem Elvis-Operator kurz schreiben, da gibt es den, gibt es bald in Java ja wohl auch und hier hinten ist der echte Elvis, also quasi mit den Augen und der Haartolle, da gibt es quasi nochmal, dahinter kann man einen Default-Wert angeben, falls das ganze Ding quasi null ist. Was ja der neueste Schrei so im Java-Bereich ist, bei Concurrency, das sind ja so seit Jahre 8 so diese Completable Futures, das wäre mal so ein typisches Beispiel, ich möchte zwei Sachen parallel ausführen und dann auf das Ergebnis warten und dann quasi die beiden Ergebnisse zusammen konkatenieren, das ist so dieser Functional-Ansatz. In Kotlin gibt es da was, das nennt sich Coroutine, das ist von der Art her von C-Sharp übernommen, also man muss sagen, also Kotlin hat bis auf dieses Null-Safe jetzt auch nicht so viel neu erfunden, die haben sich eigentlich der Dinge so bedient, die es in anderen Sprachen schon ganz cool gibt. Also in C-Sharp gibt es hier das als Kommandos, in Kotlin sind das Funktionen, das sind Implementierungen und da kann man einfach jetzt sagen, hier Async, ich will das asynchron ausführen und den zweiten Thread asynchron und dann warte ich auf beide Ergebnisse und kann die dann addieren, das macht den Code irgendwie auch kürzer, also man muss sagen, also nicht immer ist der funktionale Stil ja unbedingt lesbarer, also das zeigt sich bei Coroutine eigentlich ganz gut. Ja und was, umgekehrt nochmal bei Java, da gab es ja diese Delegates auch, dass man eigentlich eine Klasse haben möchte, die die List, das Listinterface implementiert zum Beispiel, dann hat man einen eigenen Member gehabt und musste alle Methoden überschreiben, wenn man dann zusätzlich so eine Sortiermethode hatte, dann sieht man hier nochmal diese Null-Checks, die man alle in Java machen muss, das lässt sich auch in Kotlin einfach abkürzen, da gibt es also dieses Delegate-Prinzip gibt es auch mit in der Sprache drin, also neben der normalen Ableitung von Klassen. Und ich habe ja auch ein paar Sachen zu verlosen, dieser Herr hier, der war bei der letzten Kotlin-Konf und hat da den Opener gemacht und eine Rede gehalten und da kam jetzt irgendwie dieser Slogan vor, ist auch inzwischen auch Fan von Kotlin, obwohl er ja im Prinzip im Moment bei Facebook arbeitet und da PHP programmiert beziehungsweise die Erweiterung von PHP. Erstes Rätsel für heute, wer ist das? Kennt den jemand? Eric Mayer? Ja. Erster Fall. Ich habe insgesamt fünf Quizze, also ihr habt noch, ich gebe auch das Geschenk, auch versuche ein bisschen zurückzugeben. Da ist so ein Würfel drin, zweimal zwei Würfel, hat auch eine Bewandtnis. Ich starte jetzt so ein Projekt, ich möchte in Kotlin so einen KI-Würfellöser mal schreiben, also ein KI-Ding, was eine Strategie entwickelt, so einen Würfel zu lösen. Kann ich mal, wenn ich mal so weit durch bin, vielleicht lohnt sich das mal zu erzählen, wenn es was geworden ist. Ja, Eric Mayer ist so ein berühmter Papst für vieles, der ist aufgewachsen mit Haskell, hat dann bei Microsoft dieses Link-Framework für die Sharp-Sachen entwickelt, ist beim Reactive-Programming dabei gewesen, erst in der .NET-Welt, dann bei Erx, Java und bei Dart, bei Google und macht jetzt bei Facebook die Programmiersprache Hack, ist so eine PHP-Erweiterung mit vielen Monaden und so, da kommen wir auch noch mal zu, und ist auch Fan von Kotlin. So, ein Punkt, hatte ich schon gesagt, von Java zu Kotlin, ich kann aus Kotlin ganz einfach im selben Projekt Java-Klassen aufrufen und kann auch umgekehrt im selben Projekt aus Java-Kotlin-Klassen aufrufen. Kein Problem, das funktioniert. Und wie gesagt, auch in Eclipse, in NetBeans habe ich es noch nicht probiert. Interoperability ist auch, jetzt habe ich auf der Konferenz erfahren, auch möglich mit C, Objective-C und Swift, damit man so ein bisschen die Apple-Welt auch vielleicht mal versucht zu bewerben und dann kommen wir noch mal ganz kurz zu Klassen und Objekten. Was ich schon gesagt hatte, dieser Konstruktor, der enthält die Parameterliste schon als Default-Konstruktor und das sind quasi dann so diese Standard-Members, die man dann mit Wall und War oder auch weglassen kann. Also wenn man sie weglässt, dann sind es nur Parameter, die man bei der Konstruktion übergibt, aber die hinterher keine Members mehr sind. Das gibt es also auch noch. Also wenn ich hier zum Beispiel so etwas in Java habe, da würde ich euch mal zeigen, das ist wieder diese Person mit Namen und ist verheiratet. Ich gucke mal, ob man hier in dieses Live-Coding reinkommt. Das wäre jetzt die Java-Klasse. Man kann jetzt hier, das geht allerdings nur in IntelliJ, man kann sich jetzt hier so eine klasse Person zum Beispiel anlegen. Person, das ist ein bisschen klein hier. Nein, ich will es nicht bitten. Und jetzt, wenn ich dann den Java-Code hier hinzufüge, fragt er mich, ob er den in Kotlin umwandeln soll. Und wenn man dann sagt ja, dann passiert Folgendes, dann ist es nur noch so kurz. das ist so die Person, die wir da jetzt hier sehen. Dann kann man natürlich auch zusätzliche Parameter, auch Member-Properties definieren in der Klasse, ganz neben denen, die man in den Konstruktor übergibt. Und es gibt halt diese Default-Argumente. Man kann hier bei jedem Parameter das Default-Value dazugeben und kann dann halt auch so initialisieren und erspart sich dadurch diese Überladung der vielen Konstruktoren. Was man auch machen kann, ist hier ein benamter Parameter, falls der erste halt den Default-Wert unknown hat, aber ich möchte den zweiten jetzt überschreiben mit who, dann kann man den einfach hier benamt übergeben. Das ist, ja. Ja, ja, das stimmt. Es gibt einen Quiz, da muss man ein bisschen drauf achten, sage ich im Voraus. Aber normalerweise kann man auch die Zahlen umbrechen. Ich habe das hier in eine Zeile geschrieben. Man kann hier nach dem Komma ganz normal umbrechen und dann halt eine senkrechte Liste angeben. Das wird schon erkannt. Ja. Es gibt auch die Custom-Getter. Man kann sich hier auch einen eigenen Getter schreiben für eine Property und für eine neue Property, die sich quasi aus den beiden ergibt, sowas wie isquert. Und dann schreibt man diesen Getter dann dazu. Das ist dieser gleiche Stil wie bei C-Sharp. Und dann kann man zum Beispiel return, wenn es quadratisch ist, dann ist Höhe gleich Weite. Dann ist das quasi eine eigene Property, die man auch hier dann genauso benutzen kann, als mit dieser Notation Punkt isquert. Date Construction hatte ich schon erwähnt. Man kann also, wenn man umgekehrt hier zwei Variablen hat, kann man die wieder auseinanderziehen und hat dann hier zwei einzelne Variablen, die man im Code weiter benutzen kann. Ob, bitte? Ihre Frage ist die Construction, wenn man vor die DEPs, woher weiß ich jetzt, ob die DEPs habe oder welche Reihenfolge ist dann die Reihenfolge? Das ist, also die Daten, die Data Classes ist es defaultmäßig die gleiche Reihenfolge wie in dem Default Konstruktor steht. Die haben implizit, gibt es dann auch Methoden, die heißen getComponent 1 und Component 2, die kann man auch wieder überschreiben und dann kann man auch selbst angeben, in welcher Reihenfolge man das dann zurückhaben will. Also bei Nicht-Data Classes muss man diese Methoden sowieso implementieren, damit das geht. Singletons gibt es in Form von diesem Object Keyword, da kann man dann ganz normal, wie bei, für solche Bibliotheken ist das ganz oder für irgendwelche Factories ganz gut geeignet. Man kann in Kotlin die ganzen Klassen und Objekte beliebig schachteln, also man kann auch Objekte und da wieder eine Klasse haben und da wieder ein Objekt haben und man kann dann zum Beispiel in der Form auch darauf zugreifen, dass man myClass.pel, das ist quasi ja hier so ein Objekt, also ein Singleton, da kann ich dann direkt statisch drauf zugreifen quasi und kann dann hier eine Methode aufrufen. Damit man dieses noch wegkriegt, haben die sich jetzt irgendwie ausgedacht, wenn man da Compendient vorschreibt, dann kann ich das eigentlich genau wie in Java diese Methode in Form von so einem statischen Aufruf machen. Das ist nochmal in der Diskussion, ob sie das so lassen oder nicht, das ist im Moment der Weg, wie man quasi so statisch initialisiert. Man kann dann hier auch den Objektnamen auch weglassen. Da kann man sich auch fragen, warum kann ich dann nicht gleich Compendient noch weglassen und versuche das dann so irgendwie zu machen, da gibt es Diskussionen. Enums, ja, gibt es auch, die nicht statischen inneren Klassen. Gibt es auch. Ja, gibt es auch, genau. Das stimmt. Es gibt inner-Klassis und normale Klasses-Geschachtelte, das gibt es auch. Enums, ganz normal, wie in Java, wenn ich da allerdings dann, Moment, ah ja, geht wieder. wenn ich da, da gibt es jetzt hier diesen, anstatt so ein Swift, Switch-Kommando, gibt es hier ein When und da, das ist eigentlich eine sehr schöne Sache, da achtet jetzt der Compiler auch drauf, ob man hier auch alle Fälle durchgegangen ist. Und wenn man nicht alle Fälle durchgegangen ist, dann gibt es hier eine Fehlermeldung, das lässt sich nicht kompilieren. Also man muss entweder alle Enums dann behandeln oder man muss hier noch ein L2 einführen. Das war ja eigentlich immer so die Kritik, wir machen keine Enums in der Firma, weil wenn sie sich mal ändern und welche dazukommen, dann wissen wir nicht, an welchen Stellen die steuern und dann haben wir sie vergessen. Also das würde man jetzt hier compilermäßig vielleicht schon auch erkennen. Das ist eigentlich ein ganz nettes Feature. Es gibt auch eine Erweiterung quasi von Enums, das sind diese Sealed-Classes, das sind so quasi algebraische Datentypen, da hat man eine Oberklasse und kann quasi Subclasses, eine endliche Menge von Unterklassen und Objekten zu einem zusammenfassen. Da werden wir gleich sehen, das ist eigentlich ein schönes Konzept, da gab es bei der Kotlin Conf in Amsterdam einen ganzen Vortrag darüber, wie man die sinnvoll benutzt. Das kennt man bei solchen Ausdrücken, algebraisch, das ist so das Standardbeispiel, aber wo man es eben auch ganz häufig findet, ist in sowas, wenn man Aktoren benutzt, wie bei Scala das Aktor-Framework, da gibt es das gleiche ja quasi, auch um die Messages zu kodieren. Und das würde man jetzt hier auch mit Zielclasses machen. So, Quiz Nummer zwei, da muss man schon ein bisschen nachdenken, kann eine String-Property deklärt mit dem mit dem Keyword weil, kann die mutable sein? Nein. Hat noch jemand einen anderen Vorschlag? Ja. 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 Aber es, und was heißt mutable, heißt ja, dass der Wert sich verändern kann. Also die Frage ist, kann eine Variable, die ich mit weil deklariert habe, nochmal ihren Wert verändern? Ja. Ja. Property ist schon nicht schlecht. Ja. Also du sagst ja. Wie war die Begründung noch? Wie ist das? Trotz. Ja. Ja. Nee, dann ist die ja eigentlich fix, ne? Also auf welche Art und Weise könnte die, könnte eine Property ihren Wert noch verändern? Noch, noch einer eine Idee? Ja. Ja. Sehr gut. Der Gitter überschreiben. Dafür gibt's den. Kannst du das fangen? Sehr gut. Ja. Man kann einfach den Gitter überschreiben und kann meinetwegen irgendwie so ein New Date machen to String und immer wenn man den Namen jetzt aufruft, liefert das natürlich das aktuelle Datum und der Wert ändert sich ständig. Also Wall ist kein Garant jetzt dafür, dass sich der Wert nicht ändert. Wall heißt nur, das ist nicht nochmal reassignable. Ja. Das ist aber konkuriert von den Regen, kann ich nicht den Wert nicht ändern, ich habe nur versorgt, dass ich nicht zugehalten und ich einen anderen Wert habe. Richtig. Also das ist quasi ein überschriebener Gitter, der quasi nicht das Backing-Property Ja. so ist es, so ist es, genau, so ist es, ja, das stimmt. Man kann, wenn man unbedingt will, das auch noch durch das Kunst verhindern, wenn ich Kunst noch davor schreibe und ich will ganz sicher sein, dass sich so ein String nicht verändert, kann ich das machen, dann darf ich auch das Ding gar nicht mit dem Gitter erst überschreiben. Gut, jetzt kommen wir mal zu diesem Null-Safety, das fände ich, das würde ich ganz gerne auch mal live vorführen, da wird ja viel drüber gesprochen und zwar, kann man das sehen, noch von der Größe? Ja? Okay. Gut, also ich kann zum Beispiel hier eine Variable str von Typ String zum Beispiel deklarieren und kann da meinetwegen Hallo reinschreiben. So, wenn ich jetzt da, das ist ganz normal, funktionieren, Typ String. Wenn ich jetzt da versuche Null hinzumachen, dann gibt es hier schon eine rote Unterschlängelung, das darf nämlich nicht, er schlägt mir dann vor, Change Type to String Fragezeichen. Das heißt eigentlich in Kotlin sind Typen, die ein Fragezeichen haben, Null-Able und die ohne Fragezeichen sind halt nicht Null-Able. Und was jetzt eigentlich ganz cool ist, wenn ich jetzt versuche meinetwegen die Länge auszugeben, das bietet er mir schon gar nicht an. Wenn ich jetzt hier, ich muss das nochmal rückgängig machen, ich mache nochmal Hallo da rein und dann wird er natürlich hier auch die Funktion Längs anbieten. So, um die Länge auszugeben, aber sobald ich das jetzt hier Null-Able mache, kommt hier auch eine Meldung, sei vorsichtig, das Ding kann Null sein und so geht es nicht. Dann macht er mir hier wieder Vorschläge, man kann jetzt eigentlich das ganze Ding mit einer Null-Prüfung umgeben, dann würde automatisch das auch wieder gehen, dann akzeptiert der Compiler das. Man kann auch unbedingt sagen, lass mich in Ruhe, ich möchte da wie früher eine Null-Pointer-Exception eventuell akzeptieren, dann kann man das mit zwei Fragezeichen machen, Ausrufezeichen oder man kann halt das Fragezeichen dahinter setzen und das ist dann dieser Elvis-Operator, der dann sagt, wenn String Null ist, ist das Gesamtergebnis Null und ansonsten ist es die Längs. Wenn man jetzt hier noch will, dass die Längs nicht Null ist, sobald STR Null ist, sondern den Wert Null hat, dann kann man den Default-Wert jetzt in der Form noch hinten angeben. Und das ist, muss ich sagen, eigentlich wirklich ein ganz cooles Feature, ich habe auch gemerkt, wenn ich Fremdencode angucke, dann frage ich mich, also ich finde die Null-Pointer-Exceptions an sich gar nicht so das Problem, weil die findet man relativ schnell am Stacktrace und dann kann man die auch schnell korrigieren. Aber was mir immer so ein bisschen auf die Nerven geht, ist, wenn ich Fremdencode gucke und muss immer überlegen, darf ich da den Parameter Null übergeben, ja oder nein und wenn eine Methode irgendwas zurückliefert, ist das Ergebnis Null, muss ich da Null-Check machen, muss ich da Null-Save, dann mache ich es lieber und dann habe ich wieder Boilerplate und so weiter und habe überall diese Null-Checks dann vorsichtshalber eingebaut. Und das muss ich halt, wenn ich jetzt so ein Typ-System habe, was das von vornherein verbietet und wo der Compiler drauf achtet, natürlich nicht mehr machen. Das finde ich eigentlich schon echt ein cooles Feature. Was ja manche in Java gemacht haben, da gibt es ja dieses Optional, es gibt auch Projekte, habe ich gehört, die benutzen auch nur noch Optional und da darf keine Variable mehr Null sein, aber ich finde das auch von der Schreibweise auch immer so mit diesem ist present und geht und so, das ist, finde ich, auch nicht die hübscheste Art. Also da finde ich das hier schon eigentlich schöner gelungen, weil man einfach das Null einfach weiterhin auch benutzen darf. So, dann, das hatten wir jetzt, Functions, also wir behaupten ja, dass es auch Functional genug ist. Functions gibt es erstmal ganz normal in dieser Standardform, dass man das kennen, dass das Schlüsselwort Fun vorsetzt und dann mit dem Parameter und hier als Ergebnistyp, der steht immer in Doppelpunkten, ich glaube, das habt ihr schon mitbekommen, das ist umgekehrt als in Java, das ist wie in Scala, man macht erst die Variable oder in Pascal, glaube ich, war das ja auch mal so und dann kommt dann Doppelpunkt und der Typ dahinter. Man kann auch eine kürzere Schreibweise noch verwenden, wenn man da nur einen Wert zurückgibt mit Return, kann man den auch direkt dahinter schreiben oder man kann das Ding auch anonym definieren und einer Variablen zuweisen, dann ist der Doubler halt hier in der Variable drin. Und man kann das natürlich beides kombinieren und dann der Variablen direkt halt diese Funktion zuweisen. Die Funktionen, die haben auch Typen, also auch Kotlin ist streng typisiert, auch was die ganzen Funktionen und Lambdas angeht und die Typbezeichnung hier für solche Funktionen ist immer Int nach Int, wobei jetzt hier in Klammern halt die, das steht für die Liste der Eingabewerte. Hier könnten halt auch bei drei Parametern dann würde dann Int, Komma sowieso, Komma sowieso stehen und hier hinten steht der Ausgabetyp der Funktion. Man kann den da hinschreiben, aber wie gesagt, Kotlin ist, was Scheibe-Inferenz angeht, so schlau, man muss es nicht. Das erkennt automatisch, dass das jetzt eine Funktion von Int nach Int ist, was ja hier auch nicht so schwer ist. Ja, ganz selten gibt es auch Fälle, wo man das angeben muss, da muss man dem das sagen, ja, das stimmt. Aber das sind schon eher mit Generics und sehr viel Gedöns drumherum. Also bei diesen einfachen Sachen passiert das eigentlich nicht. Dann gibt es auch, ja? Ja, Also du kannst entweder, kannst du den Typ ja hinschreiben, das ist klar und in der Intelli.de gibt es auch eine Einstellung, dass dir in Grau immer der Typ angezeigt wird. Du kannst dir die auch als kleines Pop-Up anzeigen lassen, wenn du dir nicht sicher bist. Das geht auch. Also da gibt es Unterstützung, finde ich, genug. Ja. Lambdas werden so geschrieben und zwar grundsätzlich mit geschweifter Klammer auf und geschweifter Klammer zu. Auch wenn man die nochmal einer Methode übergibt, ist es anders als in Java, da schreibt man dann ja schon mal T wird abgebildet mit dem Pfeil auf irgendwas, da ist jetzt ja nichts drumherum. Hier bei, in Kotlin sind Lambdas eigentlich immer mit so geschweiften. Wir werden auch gleich sehen, das hat auch so einen gewissen syntaktischen Zucker noch für viele Fälle. Genau, die Summe kann man auch schreiben. Hier sieht er dann, cannot infer type for this Parameter, wenn man jetzt einfach nur n, m nach n, m schreibt, dann kann er das nicht identifizieren, was soll das jetzt hier eigentlich für ein Typ sein. Also entweder man gibt den Typ hier an oder man kann den Typ auch innerhalb des Lambdas angeben. Higher Order Functions gehen natürlich auch, man übergibt dann halt als Variable und übergibt es ein Typ. Als Typ ist eine Funktion von int nach int und kann die meinetwegen jetzt hier zehnmal ausführen. Jetzt kommt so ein bisschen der Zucker, den ich mal beschrieben habe, das wird gleich, wird man das sehen, wenn, das ist, in Groovy gibt es das ja auch, wenn das Lambda der letzte Parameter ist in der Liste, dann kann man auch diese normalen runden Klammern weglassen und dann reichen auch die geschweiften. Oder beziehungsweise man kann die Parameter, die davor stehen, die vor dem letzten Lambda, die kommen dann hier in runde Klammern und das letzte Ding wird dann gelambdert. Das hat irgendwie den Charme, dass man das dann so aussehen lassen kann wie ein Kommando. Und hier sind zum Beispiel mal so Beispiele, man kann eigentlich so eine Funktion schreiben, Call, der übergibt man ein Lambda, also hier, das ist ein normaler Typ für ein Runnable, keine Parameter, Unit heißt, es kommt nur Unit raus, das ist auch ein Singleton Objekt, aber im Prinzip steht das für nichts, es gibt, es wird für Hand nichts. Und dann kann ich halt hier den Block ausführen und der Aufruf sieht dann aus, als wenn ich da quasi so ein neues Kommando erfunden hätte, mit Call, Klammer auf, Print, Klein, Klammer zu. Das kann man zum Beispiel machen, die C-Plus-Sharp-Leute kennen das, Using, das ist das direkte Kommando auch, hier kann man das sich selbst programmieren, da übergibt man meinetwegen Closable und ein Lambda und wenn man das aufruft, kann man einfach schreiben Using, übergibt den Reader und dann, was man damit machen kann und dann wird das quasi automatisch geclosed. Man könnte zum Beispiel da auch eine Stoppuhr machen, indem man quasi hier ein Lambda übergibt, misst die Zeit am Anfang, am Ende und dann kann man halt auch, kann hier hinten auch ein Ergebnis rauskommen, die Time in Millis, dann kann man das so aufrufen, Stopwatch und dann halt meinetwegen Kommando und kann halt die Zeit ausgeben und was auch ganz nett ist, man kann zum Beispiel um irgendwas im separaten Thread zu starten, könnte man sich auch selbst schreiben, dann hat man, man sieht eigentlich hier, was man so in Java schreiben würde und kann dann hier eigentlich in Kurzform schreiben, Thread, Klammer auf und dann wird das automatisch concurrently ausgeführt, also das gibt es auch schon im Standard-Reportual, in der Standard-Cotlin-Library, da gibt es auch dieses Messen von Zeiten und so ein paar Sachen gibt es da schon. Was jetzt noch ein ganz irres Ding ist, ist aber auch geklaut von C-Sharp, das sind die sogenannten Extension Functions und die machen eigentlich, finde ich, dem Entwickler eine besondere Freude, wobei man da auch ein bisschen vorsichtig sein muss, ich erkläre erstmal, was das ist. Man kann so eine Funktion wie zum Beispiel String, die ja im Java Final ist und wo man auch nicht von ableiten kann, die lässt sich jetzt hier tatsächlich noch erweitern. Und zwar zum Beispiel um eine Methode SayHello, was natürlich jetzt keinen Sinn macht, bei einer Standard-Library wie String so einen Quatsch da rein zu machen, also das ist genau, da muss man sich als Entwickler darüber bewusst sein, falls man anfängt, im Projekt solche Standard-Libraries zu überschreiben oder zu ergänzen mit neuen Methoden, dann sollte das schon auch vernünftig sein, selbstsprechend, wiederverwendbar und so allen Clean-Code-Regeln dann entsprechen, wie es geht. Also die viele Projekte habe ich gehört, die finden das so toll, die Entwickler, dann hat man hinterher alles überladen mit neuen Funktionen. Ja? Das ist dann global. Bitte? Das ist nicht ganz global, also man schreibt das auch in einem Package und man muss eigentlich, um dieses Feature zu nutzen, die eigenen Extensions, muss man auch das Package importieren. Also das ist nicht automatisch jetzt irgendwie automatisch da, das ist schon mal der Vorteil, nicht, dass plötzlich global dann 130 neue Funktionen erscheinen. Ja, das lässt sich also steuern. Man kann das auch noch über Interfaces steuern, gibt es noch eine andere Möglichkeit, um das noch ein bisschen einzudämmen, diesen Wildwuchs, aber der entsteht auf jeden Fall am Anfang, weil das so für Java-Entwickler was ganz Neues ist. Also man kann quasi jetzt hier die String-Klasse erweitern um neue Methoden und man kann dann quasi hier den String aufrufen und dann sagen, auf dem String Punkt und kann die neue Methode aufrufen. Jetzt haben natürlich viele irgendwie schon die Angst, mein Gott, ist das nicht irgendwie ein invasiver Eingriff in meine String-Klasse, von der ich ja eigentlich gar nicht erst ableiten will. Der Unterschied bei den Extension Functions ist, man kommt nicht an die Innereien von String ran. Man kann alles nutzen bei der Implementierung von so einer Extension Function, was String zu bieten hat an Public-Methoden, aber an die Innereien kommt man eben doch nicht ran. Also deshalb ist das auch Schutz genug. Das ist im Prinzip nur eine schönere Schreibweise, als wenn ich jetzt meine String-Utils zusammenschreibe und da würde man jetzt SayHello reinschreiben und dann wäre Util, SayHello und man würde das als Parameter übergeben, weil hier hat man, wenn man es dann importiert hat im Projekt, dann auch gleich die Möglichkeit mit dem Punkt drücken in der IDE und man sieht dann, was es da Neues gibt. Also dieses Ding hier und das ist jetzt auch nochmal ganz interessant, wenn ich eine Extension Function schreibe und die auf die Art erweitere, also das ist diese syntaktische Form, ich schreibe die Klasse hin, den Punkt, den Methodennamen, dann komme ich an das Objekt selbst auch mit This ran. Also das heißt, wenn ich jetzt hier so eine Funktion aufrufe wie HowAreYou und rufe jetzt meine neue Extension Function SayHello auf, dann bin ich hier in meiner Implementierung von SayHello, komme ich mit This an das Objekt ran, für das ich meine Extension Functions aufrufe. Also das ist die normale Schreibweise. Ich habe also hier das, dieses Ding hier über This im Zugriff. So, also von der Typschreibweise ist irgendwie auch, ja bitte? Ja, es gibt auch Extension Properties, ja, kommt auf der nächsten Folie. Genau, ja, kann man auch machen. Die Typenbezeichnungen lehnen sich dann auch dann an, man schreibt dann halt anstatt hier kein Parameter auf Unit, also würde man jetzt String Punkt, Klammer auf, Klammer zuschreiben oder Int Punkt Int für solche Methoden, die, sagen wir mal, die Teilbarkeit überprüfen an der Zahl, schreibt man dann Int, das ist dann quasi da, wo ich 15 oder Punkt, die war jetzt 45, dann wäre quasi, stünde das Int für den ersten Wert und der nächste Wert wäre der Parameter. Hier sind die Extension Properties, das kann man auch machen, man kann also auch auf die Art und Weise neue Properties ausführen auf einem Kunden Customer, der meinetwegen Dalt heißt und dann wird überprüft, ob das Alter meinetwegen größer 18 ist, größer gleich, das würde auch gehen und dann hat jeder Customer automatisch dann die Methode, oder nicht die Methode, die Property Dalt im Zugriff. Genau, hier sieht man das, der Aufruf wäre dann sowas, wenn ich Customer, hier, das ist eine normale Konstruktion von so einem Kundenobjekt und darauf kann ich dann direkt mit dieser Extension Functions Punkt Dalt aufrufen. Das ist jetzt mal so ein bisschen ein überladenes Ding, man könnte also die Klasse Date erweitern und eine Methode ist Friday, man könnte zum Beispiel die String-Methode erweitern um ein To-Date und meinetwegen ein Double mit einer Punkt BD, der daraus ein Big-Dezimal macht und meinetwegen das Big-Dezimal erweitern um Euro, also es ist jetzt nur mal rein hypothetisch, das ist jetzt nicht alles sinnvoll, dann könnte man jetzt, ich mache es mal ein bisschen höher, solche Aufrufe machen in Kurzform wie, ich habe hier ein Datum als String, kann das dann ein To-Date machen, kann darauf fragen, ist das Freitag und wenn ja, dann kann ich meinen Gewinn setzen auf 100, das ist hier dieser Double, BD ist das Big-Dezimal, Punkt Euro macht daraus halt eine Concurrency, eine Currency, genau, ja, stimmt, das wäre jetzt so ein Ding, wie man sowas dann wirklich so in kurz hinkriegt. Ich würde mal gerne, jetzt haben wir so 10 nach, vielleicht mal so eine Session machen, so eine Live-Coding-Session, damit man mal einmal sieht, wie sich das überhaupt so anfühlt, mit Kotlin zu programmieren und da hatte ich mir mal ausgedacht, ich weiß nicht, da gibt es diese Goldbachsche Vermutung, kennt einer die? Ja, ne? Das ist eine bisher unbewiesene, ich hatte mir ja auch mal vorgenommen, ich wollte nicht eher ins Grabbach gehen, bevor nicht irgendjemand die Vermutung bewiesen hat, weil die beschäftigt mich irgendwie schon mein Leben lang, ich hatte da auch mal im Studium mal ein bisschen rumprobiert, da gab es aber noch kein Internet, dann habe ich erst hinterher erfahren, das hat natürlich am Andere schon alles vorher herausgefunden, wie das immer so ist, aber ich finde die nach wie vor interessant, ist eine ungelöste Aufgabe, unbewiesen, jede gerade Zahl kann man aufteilen in zwei, als die Summe zweier Primzahlen und zwar für jede gerade Zahl und die ist so einfach zu formulieren und doch sehr, sehr hart irgendwie zu beweisen. Also hier sind so ein paar Beispiele und ich würde mal ganz gerne irgendwie so eine Funktion schreiben, die meinetwegen aus einer geraden Zahl solche Zerlegungen berechnet. Mal gucken, wie sich das in Kotlin vielleicht irgendwie so anfühlt. Da würde ich mal vielleicht mal direkt anfangen, sagen wir mal, wir können die mal Goldbach nennen. So, also wenn ich das, irgendwann würde ich da ganz gerne mal schreiben können, machen wir mal eine Funktion und nennen die auch Goldbach, da gebe ich eine Zahl rein, die ist vom Typ Int und was will ich rauskriegen? Wannetwegen eine Liste von Paaren, Peer ist ein Standardtyp von Int und Int. Also das sollen genau diese Paare sein, die hier rauskommen. Ich gebe eine 4 rein oder ich gebe eine 8 rein und kriege eine 3 und 5, also die Menge aller Zerlegungen möchte ich raus haben. Bei der 10 gibt es ja schon 5 plus 5 und 3 plus 7 und alle Zerlegungen möchte ich ganz gerne hier in meiner Liste zurückbekommen. So, da kann ich jetzt erstmal schreiben, das ist eigentlich auch ganz cool in Kotlin, man kann einfach schreiben to do und dann ist der Compiler damit zufrieden. Wenn ich das ganze Ding jetzt irgendwie auch aufrufe, Saut, ist doch gar nichts und schreibe mal Goldbach und gebe da meinetwegen eine 30 rein und führe das aus, dann würde jetzt unten, ich glaube der rattert noch ein bisschen, ja, kommt hier unten, sieht man, muss man hier unten mal, ich schiebe das mal ein bisschen höher, da kommt dann halt die Operation ist not implemented, ne, das kann man eigentlich ganz auch so machen, wenn eigentlich Funktionen Werte zurückliefern, muss man nicht immer Default erstmal Return null machen, sondern man kann einfach to do schreiben, fertig, das ist jetzt noch keine Klasse, das ist eine Funktion, ja, das ist noch gar nichts, das stimmt, das ist eine Funktion, ich mache auch noch mal eine Funktion, jetzt mache ich mal eine Extension Function und möchte mal auf einer beliebigen Integerzahl isPrime aufrufen können, dann würde ich jetzt irgendwie hier das int schreiben, das ist, und dann meinetwegen isPrime und das ist es dann schon und das wäre dann auch vom Typ Boolean und das könnte man auch erstmal auch als to do machen und wäre dann soweit fertig. Man könnte, ich wollte auch mal machen eine Extension Function, die die Teilbarkeit überprüft, also um Primzahleigenschaft irgendwie zu testen, muss man ja auch die Teilbarkeit machen, das hatten wir vorhin schon gesehen, ich mache mal eine Extension Function, die Vides, die Vides und da kommt noch ein anderer Wert rein, der ist vom Typ Int und ich glaube, das kriegt man mal direkt hin, das wäre meinetwegen sowas. Dann könnte man meinetwegen das mal ausprobieren und gucken, ob jetzt die 5 die 15 teilt. Die Seite 15 führe ich mal aus, da müsste ja theoretisch zu rauskommen, ne? Genau. Man kann jetzt, wenn man jetzt hier nicht unbedingt diesen Punkt noch haben will, sondern man möchte das wie so ein Operator aussehen lassen, geht das auch. dann sagt hier Kotlin, dann machen wir doch so ein Infix davor und dann bei Methoden, die quasi eine Extension Functions, die ein Parameter haben, die lassen sich also mit Infix dann auf diese schönere Art und Weise ausführen. So lassen sich alle möglichen zwei Stufigen, wie nennt man die Operatoren, zwei Parameter in den Operatoren auch schreiben. Jetzt, um hier Test Driven wurde vorhin schon angesprochen, ich weiß nicht, das ist Prime, könnte man auch mal Test Driven machen, also ich würde dann sagen, sagen wir mal einen konkreten Test, ich würde mal hier, da gibt es so eine Test Framework von Kotlin, das heißt Spring Spec, neben diesem JUnit 5 und Test NG, was es noch so gibt, was man auch alles benutzen kann, das ist so ein kleiner Exot, ich würde das jetzt ehrlich gesagt so im Projekt nicht einsetzen, aber das ist eigentlich ganz nett, man kann mal gucken, was man da, man sieht mal, was man damit noch so machen kann. Ich kann jetzt also hier meine Test Methoden als String schreiben, ich kann zum Beispiel sagen Test all Primes und kann dann hier, das ist auch eine Extension Function zu dem String, ich kann dem String quasi jetzt einander übergeben und könnte jetzt hier meinetwegen sagen, wenn ich jetzt hier mal die Primes alle hätte, also sagen wir mal list of, das ist auch so ein Standard Kommando, da könnte ich mal solche Sachen reingeben, 2, 3, 5, 7 meinetwegen und dann könnte man hier schreiben Primes dann for all, das ist ein Kommando aus dem Test Framework, it ist Prime und dann gibt es hier solche Vergleiche, ich weiß nicht, should be True, sowas. Das wäre hier zum Beispiel möglich, in diesem Test Framework wird man den Test jetzt irgendwie auf die Art und Weise schreiben, da könnte man jetzt hier das Ganze für die Non-Primes machen, meinetwegen auch noch und dann würde dann anstatt True wird man dann False schreiben und hier müsste man sich auch nochmal so Non-Primes ausdenken. So, der Test wird natürlich scheitern, natürlich, weil, ja, die Funktion isPrime, wir können das ja mal probieren, noch gar nicht implementiert ist, der müsste jetzt gnadenlos auf die Nase fallen, was er auch tut, ne? Also da steht also hier überall, er hat versucht 2, 3, 5, 7 zu implementieren, kriegt überall Operation is not implemented. Jetzt würde man mal dieses isPrime natürlich ein bisschen ausimplementieren und würde sagen, zum Beispiel when, ich return mal den Wert gleich, das sieht man, also man kann auch, wie gesagt, jedes Kommando kann man returnen als Wert, when, also, this, this ist ja jetzt quasi das int, was ich extensionmäßig aufrufe, wenn ich 15 ist Prime aufrufe, ist 15 das is. Also gucke ich mal, ist das meinetwegen innerhalb des Intervalls 0 bis 1, dann ist das keine Primzahl, ne? Ist das meinetwegen die Zahl 2, dann ist das eine Primzahl. Ist das durch 2 teilbar, dann, jetzt kann ich das ja so schreiben, dann ist es keine Primzahl. Und meinetwegen else könnte man auch nochmal wieder machen, to do. So, in der Art. Jetzt müsste eigentlich theoretisch unser Test, der Test müsste eigentlich fast, ja, hier sind die falschen Werte drin, hier machen wir mal die Nicht-Primzahlen rein, 0, 1, meinetwegen 4, 6, 8, der müsste theoretisch ja jetzt sogar grün werden, oder? Einer noch nicht. Müssen wir mal gucken. Ah, die 3, ja, okay, das stimmt, weil für die 3 ist natürlich noch nichts implementiert. Wenn ich das so laufen lassen würde, dann müsste der Test theoretisch tatsächlich grün werden, ja, weil für alle Zahlen, die ich jetzt hier oben teste, 2, 1 und so weiter, ist die Methode implementiert und zwar richtig. Was jetzt noch fehlt, sind noch diese Sachen, 5, was wir gerade hatten. Da kennen wir ja so von der Schule, was man machen kann, man kann die ungeraden Zahlen mal alle durchgehen und auf Teilbarkeit prüfen, bis die Zahl selbst, natürlich selbst nicht, weil die ist ja immer durch sich selbst teilbar, aber bis kurz davor und wenn der eine von teilbar ist, ist es keine Preen-Zahl. Das könnte man mal versuchen, so wie man es gesprochen hat, mal einzutippen, also ich würde meine, sagen wir mal, die ungeraden nehmen und zwar bis, da gibt es dann until, until bedeutet bis, bis, aber ein vorher, also nicht gleich bis, dann könnte ich da meinetwegen in Zweierschritten steppen und dann könnte ich darauf mal anfragen, gibt es da irgendeine Zahl drin, die mich teilt und zwar kann man anstatt diesen T Pfeil T bei Lambdas kann man auch wie bei Groovy it schreiben. Also ich habe jetzt quasi hier eine Sequenz definiert von 3 bis zu this im Steppen von 2, das wäre so was wie 3, 5, 7, 9 und und frage jetzt diese Sequenz mit it, it ist quasi der Laufparameter, gibt es da irgendwas, was this teilt und wenn das der Fall ist, ist das keine Preen-Zahl und wenn ich jetzt irgendwie einen Test auf Preen-Zahl machen will, mache ich da not hinter. Und das ist irgendwie finde ich eigentlich schön knapp beschrieben, was man eigentlich, wenn man mit ein bisschen Übung dann auch sofort lesen kann, das ist kurz und aussagekräftig und da müsste dann theoretisch ja jetzt auch dieser Test jetzt gut gehen, ja, tut er auch. Dann hat man natürlich hier noch nicht so viele Testpfeile, das sind ja nur ein paar, man könnte jetzt zum Beispiel, wenn man, ich war vorhin mal im Internet, als ich hier war, man könnte sich jetzt hier auch mal ein paar Preen-Zahlen rauskopieren, gibt es irgendwie Primes 1000, kriegt man die sofort und macht das hier quasi hier an der Stelle, da sind dann ganz nett diese Dinger, da kopiert man die einfach rein, das Trim-Indent brauchen wir gar nicht, aber wir müssen das irgendwie splitten, wir müssen splitten nach Leerzeilen. Weiß noch einer Whitespace als Rack-Apps, was das ist? Backslash? Da kann ich jetzt entweder das so auch hier glaube ich und dann müsste man, weil es mehrere sind, mit Plus, also mindestens ein Whitespace wäre Backslash S, wenn man ein Backslash schreiben will, dann kann man hier auch diese Dreierdinger nehmen, ne? Also alles, was in den Dreierdingern steht, wird genauso übernommen, wie es ist. Dann müsste man mal gucken, ich filter mal nach denjenigen noch, die, da gibt es auch wieder das it, die nicht leer sind und ich glaube, ich mappe das dann mal auf eine Integerzahl, ne? So. Und hier anstatt der, anstatt die Non-Primes, da könnte ich ja mal meinetwegen auch alle Zahlen von 0 bis 1000 nehmen, das werden ja bis 1000 und kann einfach sagen, filter mir die raus, die gerade nicht in den Primen sind, ne? So. Also es gibt, man muss sagen, die Kotliner haben in der Standardbibliothek auf den Collections ziemlich viele neue, coole Funktionen gemacht. Man muss eigentlich auch nicht jetzt diesen Umweg gehen über Stream und um diese ganzen Sachen rauszufinden, sondern die sind selbst als Extension Functions auf den Collections definiert. Und da gibt es eigentlich, wenn man einfach in natürlich sprechen will, gibt es eigentlich alles, was man so haben will, ist da vorhanden und wenn nicht, kann man sich da selbst dazu extenden. und jetzt müsste jetzt hier theoretisch der Test ja auch noch grün bleiben, falls unser Primzahlenalgorithmus richtig ist, das ist es, genau. Man kann jetzt, da will ich noch mal ein bisschen vorgreifen, hier auch was ganz Besonderes, Lustiges machen, man kann so unendliche Mengen definieren. zum Beispiel all primes, das ist so eine Sequenz, das ist in Kotlin eine Sequenz, im Java gibt es das im Prinzip auch, das ist der Stream, der lazy evaluated wird, aber hier kann man noch was cooleres machen, man kann dann schreiben, zum Beispiel Bild Sequenz, kann dann hier meinetwegen sagen, ich gehe mal alle Zahlen, die es gibt, durch vor n in meinetwegen 0 bis int max value und wenn n eine Primzahl ist, dann hielde mir die. Und das ist jetzt wirklich magic mäßig, was da passiert. Man hat hier quasi ein Programm, was eine unendliche Ausführung macht und mit dem Yield-Kommando wird gesagt, welche Zahl möchte ich denn in meiner unendlichen Sequenz drin haben. Und das Witzige ist, das wird hinterher, wenn ich inter sage, gleich, werde ich mal sehen, da sind schon Co-Routinen drin. Also hier in dieser Routine bei Yield wird das Programm anhalten, wenn man sagt, gib mir mal das erste Sequenzelement, dann läuft das so lange durch, bis es auf ein Yield läuft, gibt diesen Wert zurück und hält an. Und wenn ich dann noch einen haben will, läuft das Programm weiter bis zum nächsten Yield und gibt mir das zurück. Und das ist intern unter der Haube mit diesen Co-Routinen realisiert, also Co-Routinen sind Programme quasi, die an der beliebigen Stelle nicht an jeder anhalten können und die können dann fortgesetzt werden. Damit macht man auch solche Concurrency-Sachen, kann man sogar auch auf einem Thread machen und kann dann quasi selbst mit den Co-Routinen dafür sorgen, dass die sich so gegenseitig quasi wie parallelisiert aussehen lassen. Jetzt wollen wir einmal noch zum Abschluss den Goldbach hier nochmal machen. Der Goldbach wäre quasi ja auch formuliert, ich gehe, können wir auch gleich so schreiben, ich gehe mal alle Primzahlen durch, nehme mir mal, um sagen wir mal hier, sowas wie 10 zu testen, da brauche ich eigentlich auch nur maximal 10 Primzahlen zu testen, weil eigentlich sogar noch weniger, weil es gibt weniger Primzahlen bis 10 als 10, da reicht es also tatsächlich auch N halbe meinetwegen zu nehmen, aber das macht eigentlich gar nichts, ich filter mir die sowieso nochmal, ich sage mir, ich nehme mir mal alle, die kleiner sind als kleiner, hoch, kleiner gleich N halbe und denn ich will eigentlich bei so einer Zerlegung will ich nicht, wenn ich 10, 3, 7 habe, nochmal 7, 3 haben, also ich nehme mir alle Primzahlen, die bis zur Hälfte gehen, bis maximal 5 und dann kommt 5, 5 raus und wenn dann und jetzt filter ich mir dann die, die wobei N minus this meinetwegen auch eine Primzahl ist, also Moment, ist Prime und dann könnte ich mir die mal auf so ein Pärchen mappen, damit man das auch sieht, dann nehme ich meinetwegen it und N minus it, ich erkläre das nochmal gleich und dann wollte ich daraus, das sollte ja eine Liste zurückgeben, dann mache ich das Ganze mal list list of, list of, list of, nee, to, da passt, da ist noch was nicht richtig, das sind runde Klammern, so, ist ja der Konstruktor von Pärchen, ne? So, to list, komm jetzt endlich, so, und, so, das, dieser Filter hier, N minus it, da überprüfe ich ja quasi, ich habe in der einen Variablen, habe ich die 3, ich habe ja die Menge aller Primzahlen, da habe ich die 3 und ich überprüfe mit dem anderen Filter, ob 10 minus 3 auch eine Primzahl ist und nur die Pärchen lasse ich zu. Ja, das ist hier in diesem zweiten Filter der Fall. Also hier kriege ich alle Primzahlen, weil die ja in meiner Grundmenge sind, Filter die, wo die Differenz auch eine Primzahl ist und dann gucke ich mal, ob ich jetzt hier Goldbach von meinetwegen 30 aufrufen kann und und ruf das mal auf, müsste, wenn alles gut gegangen ist, ja, dann kriegt man genau die Zerlegung. 30 lässt sich hier auf 4 Arten unterteilen. Ja? Kannst du nochmal erklären, warum das erste Filter, weil wenn du so die Vielzahlung selbst benimmst, dann macht der Filter doch nichts, weil der keine Zertag gibt. Dieser hier? Ja. Also wenn ich den weglasse? Alles gut, ja, dann, das würde auch gehen, aber der würde dann die Doppelten, und man kann ja mal weglassen und gucken, was dabei rauskommt, mal eben starten. Dann kommen verrückte Sachen auch raus. Also der ist schon, da kommen einerseits die Zerlegungen nochmal umgekehrt raus und dann ist die Frage, das muss ich mir auch nochmal angucken, warum der da seine, bitte? Eigentlich nicht, nee. Ach doch, 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 es ist schon klar, warum. Also ich nehme mir mehr Primzahlen als meine Zahl 30, zum Beispiel auch die 47 und dann gucke ich, ist dann 37 minus 47 eine Primzahl und mein Primzahlencheck, der ist irgendwie nicht auf negative Zahlen ausgelegt, der sagt ja und deshalb liefert er dann halt die minus 13 auch. Also besser ist schon, man schränkt das ein auf, dass man nicht über die Grenze hinaus geht, sondern nur Primzahlen wirklich nur maximal bis dahin betrachtet. So, das, ja das wäre zum Beispiel so ein Ding, damit man mal so sieht, wie Kotlin sich so beim Coden an sich irgendwie auch anfühlt. Wir gucken mal, ich gucke mal so ein bisschen auf die Uhr. So, jetzt, ja, nee, 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 das, doch, ich glaube schon. Nee, stimmt, es gibt zwei Testframeworks von Jetbrands, richtig, und eins davon ist das, aber das ist jetzt nichts irgendwie, was die unbedingt jetzt so bewerben, dass das so super toll ist. Ich glaube, das ist auch mal so zu Demo-Zwecken entstanden. Ja, ja, genau, richtig. Geht es aber auch auf GitHub, kann man sich das mal angucken, genau. Jetzt kommt noch mal, noch ein Rätsel. Das ist, das ist jetzt wirklich knifflig. Da muss man genau hingucken. Wir haben hier eine Extension Function, die auch Say Something sagt, die printet this Softworks-Kammer und ich rufe die auf mit Enjoy, Say Something. Ja? Ich sage ein Enjoy und dann die neue Zeit ist das. Ja, ja. Dann noch mal ein Enjoy. Also einmal ein Moment. Das ist, da bin ich selbst drauf reingefallen. Also man muss mal woanders hingucken. Ich mache mal so einen Kreis, so hier, so um diese Sache. Das ist wirklich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob man drauf kommen kann, wenn man es nicht selbst erlebt hat und schon verzweifelt ist beim ersten Mal. Ja? Was macht der? Ja, ja. was macht der? Und warum? Ja, also es ist ja ein bisschen für so ein Software-Kammer und es ist ja ein Teil in Deutschland und das Self-Affekt und dann kommt halt wieder dieses mitzeit zu Endlust-Kammer und Schacht. Nee, ist noch nicht. Ja? Ja, richtig, aber warum? Weil wir da oben im Nachmachen ja genau das ist es. Also hier, das ist syntaktisch gültig und man lässt sich leicht verwehren, man kann ja Funktionen in der Kurzschreibweise mit gleich schreiben und normale auch mit der geschweiften Klammer auf, aber man kann auch beides kombinieren und dann ist das tatsächlich dieses hier ist ein Lambda, was zurückgegeben wird und nicht richtiger Code, der jetzt quasi schon zur Funktion gehört und man kann hier, das würde erstmal gar nichts ausgeben und um das dann tatsächlich ausgeben zu lassen, müsste man dann auf diesem Lambda halt nochmal den Ausführungsoperator Klammer auf Klammer zu machen und dann printet er das auch. Ja. Also dann, ich weiß nicht, geht das? Geht es da gut? Nee. Geht nicht, der ist sehr robust, das geht nicht kaputt. Sehr gut. Also das fand ich schon sehr knifflig. Also da muss man, also da lohnt sich Applaus. Genau. So, nochmal ein bisschen einmal zu Higher Order Functions, aber ich gehe die restlichen Sachen schon mal so ein bisschen schneller durch. Wir sind auch schon eine Stunde, ich weiß auch nicht, wie viel Zeit und Kapazität ihr noch habt. Geht noch? Geht noch was? Gut. Hier gab es mal, das hatte ich mal, da hatte ich mal so eine Kotlin-Schulung gemacht, da war die erste Aufgabe, man sollte functional halt mal den Kompositionsoperator programmieren. Also ich habe zwei Funktionen und möchte die Funktionen hintereinander ausführen. Im einfachsten Fall erstmal zwei Integers hintereinander weg, von Int nach Int. Man sieht auch, man kann auch, was ja so viele von TypeScript immer so sagen, diese Typisierung, die kann manchmal so riesig werden und da habe ich schon gar keine Lust zu, man kann also große Typkonstrukte hier auch mit dem Type-Alias versehen und dann in Kurzform schreiben. Wenn man jetzt, ich möchte also schreiben können, sowas wie F Kringel G, das machen die Mathematiker für Kompositionen, haben die ja einen Kringel-Operator, kann man in Kotlin auch machen, das wäre dann das kleine O halt und dann könnte man das halt auf die Art und Weise implementieren. Also man würde ein Lambda zurückgeben quasi, was dann hier den Parameter, also ein Lambda, was N auf die Hintereinander-Schaltung von diesen beiden Funktionen ausgibt. Wobei F ist der Übergabeparameter und SIS ist halt die Funktion, die wieder selbst, von der der Kringel-Operator die Extension ist. Also es ist schon ein bisschen kniffliger. Man kann das also auch dann theoretisch auch mit solchen ganz allgemeinen Typen machen, dann mit Generics und kann also auch ganz allgemein Komposition fahren. Eigentlich muss man sagen, man ist in Kotlin schon in der Lage, was so diesen Functional Stuff angeht, schon das meiste zu machen, was einem da obliegt. Es sollen jetzt auch Type Classes irgendwann nochmal dazukommen und damit man dann auch mal irgendwann den vollen Stack auch noch hat, wenn man unbedingt die ganzen Sachen von Haskell auch haben will, die es da so gab. Aber in der Praxis braucht man, das finde ich eigentlich auch nicht unbedingt. Also hier wäre dann auch so eine Higher Order Function mit Generics, man könnte dann quasi sich zwei Funktionen definieren, Doubler, Ink und ein Outputter und kann die dann auf die Art und Weise, könnte man die dann aufrufen, mit so einem Kringel-Operator und hat dann hier halt wieder eine neue Funktion. Das geht also alles. Was auch ganz interessant ist, wer ist denn schon so, dass er noch Pascal kennt, schon in dem Alter? Gibt es noch welche? Ja, viele. Also ich habe das ja auch mal irgendwann gelernt, da gab es ja auch mal das With. Wisst ihr noch, was With macht? Man konnte mit With, konnte man, wenn man ein Record hatte, was meinetwegen Customer hieß und das hatte zehn Attribute, dann konnte man sich da sparen immer Customer, Name, Customer, First Name, Last Name, sondern da konnte man With, Customer schreiben und dann einfach nur Name gleich, Vorname und so weiter und das gleiche lässt sich hier auch programmieren einfach. Also diese Funktion With gibt es auch schon in der Standardbibliothek, das ist auch wieder so ein Objekt, was ich übergebe, das ist dann dieser Receiver, dann kann ich einen Block übergeben und dann kann ich halt hier mit der Person, die ich übergebe, also hier ist es so, dass der Receiver ist vom Typ T und das Lambda, was ich quasi hier übergebe, ist eine Extension Function auf dem T, was dazu führt, dass ich hier auf das Person, das This, diese Person referenziert und dann kann ich halt hier in meinem Lambda This Punkt Last Name schreiben und weil man üblicherweise auch This Punkt immer weglassen kann, kann man dann halt auch einfach hier Last Name schreiben. Also das ist quasi das With nachempfunden und ausprogrammiert mit Extension Functions. Operatoren gehen auch, man kann auch Vektoren mit Plus, Minus, Mal, also die Standardoperatoren lassen sich so wie sie in C++ auch wieder überladen und man kann dann mit Vektoren rechnen, wie das so arithmetisch gewohnt ist und was ich irgendwie mal früher, als ich mit dem Holger Große-Plankermann meinen Haskell-Kurs gemacht hatte, da fanden wir das eigentlich sehr cool. Das war Quicksort in Haskell, steht genauso in Wikipedia und wir waren eigentlich begeistert, wie kurz das ist. Also das ist jetzt Haskell-Code, das muss man dann auch erstmal sich ein bisschen einfinden, aber im Prinzip kann man da auch sehen, also eine leere Liste wird leer gelassen und alles, was nicht leer ist, da gibt es dann halt ein Element und den Rest der Liste und dann wird es rekursiv aufgerufen und dann filtert man nach kleiner und größer. Also das ist so ein typisches Haskell-Ding und wir hatten damals eigentlich auch gedacht, kürzer geht es nicht, aber ich habe das jetzt auch mal in Kotlin nachgeschrieben und da ist es auch nicht viel kürzer, äh, länger. Das geht also genauso. So, man kann also hier auch, sagen wir mal sagen, ich nehme das erste Element und da gibt es eben diese Kotlin-Standard-Funktion, die ich ganz cool finde. Man kann also von der Liste, also die Liste, das ist auch eine Extension Function, jetzt hier QuickSort auf Listen, das sieht man ja hier, List ist der Typ, ein generischer Typ und dann kann ich hier, ähm, quasi ist das This ist die Liste selbst, was ich dann wieder weglassen kann, also hier könnte man auch This Drop einschreiben oder This First, This First wäre dann das erste Listen-Element, das nimmt man als Pivot-Element, dann droppt man das und dann kann ich den Rest partitionieren nach einer Bedingung i kleiner Pivot und kann das dann, und kriegt ein Pärchen zurück und kann das quasi rekursiv aufrufen, es ist eigentlich, finde ich, genauso lesbar und eigentlich auch genauso kurz und jetzt weiß ich, würde mich mal interessieren, gibt es von euch einen, der sich in Heskel auskennt? Weil ich habe bisher nicht rausgekriegt, auch bei dem Jens beim letzten Vortrag, der konnte mir auch nicht sagen, ob Heskel diese rekursiven Ausführungen parallel macht automatisch, weil es führt ja zu keinem Konflikt, Heskel ist ja pure functional, es könnte theoretisch das Laufzeitsystem vielleicht sagen, ich mache das parallel, weiß ich aber nicht, ob das so geht. Also das würde jetzt Kotlin nicht machen, wenn man jetzt Quicksort parallelisieren würde, würde man das aber auch dann so machen, man würde quasi die rekursiven Aufrufe erstmal, kann man sich in so separate Variablen schreiben und dann würde man das so machen. Man sagt einfach, mach das Async, führe mir das im Hintergrund auf, mach mir das auch Async und dann await ich auf beide Ergebnisse und führe die zusammen. Das wäre quasi die parallelisierte Version von Quicksort. Auch finde ich sehr schön lesbar mit diesen Koroutinen Funktionen, Async und Await, funktioniert das wirklich ganz gut. So, jetzt nochmal ein Quiz. Oh! Zweimal 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 und 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 und 1, 2, 3, 4. Ist beides leider noch nicht richtig. Ja? 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3. Und dann? 1, 2, 3. Nee. Und was ist denn der Pizze? Und was ist denn der Pizze? Das ist die Frage. Genau. Was liefert denn eigentlich, was liefert wohl Ad zurück? Das ist irgendwie übernommen von Java. Das ist Buhlien. Ja. Genau. Buhlien. Genau. Würde ich, genau. Geht's? Super. Sehr schön. 1, 2, 3, 4, 2. Geht also auch. Genau. So, jetzt kommt zum Abschluss, würde ich nochmal sagen, weil da mich viele gebeten hatten bei dem Kurs, den ich mal gemacht hatte, über Kotlin. was könnte jetzt kommen? Ja. Ja. Ich weiß nicht. Es ist, glaube ich, die 47. Minute ist schon überschritten. Normalerweise, ich weiß nicht, kennt ihr diesen Podcast? Autowiert FM? Da kommt immer, wird immer in der 47. Minute, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber bei den ganzen ersten Sendungen wurde auf Monaden eingegangen. Das war so ein Running Gag. Hinterher auf Monadentransformation. Nachdem sie sich so einen Monadenexperten auch eingeladen hatten, da zusätzlichen Gast, ja, da hat man ein bisschen geupdatet. Und da war jetzt auch vielfach ein Wunsch bei dem Kurs, also bei dem Kotlin-Dings, was ich mal gemacht hatte, war nochmal kurz zu erklären, was ist das eigentlich eine Monade? Wer weiß von euch schon, was Monaden sind? So halb, okay. Es ist gar nicht so schwer. Das ist irgendwie das Ding, wo irgendwie so eine Wolke, ach, wir benutzen alle Monaden, aber keiner kann es erklären. Ich finde, das ist irgendwie ganz einfach zu erklären. Ich versuche das mal. Also, was ja jeder kennt, so aus der Programmierpraxis, ist ja die Map-Funktion. Ich habe eine Liste und zum Beispiel, und da rufe ich Map drauf, dann wird jedes einzelne Element gemappt und dieser Map-Funktion übergebe ich in der Regel Namda, also eine Funktion. So ein Ding nennt man dann auch Funktur. Also eine Datenstruktur, die jetzt so Map implementiert, wäre jetzt ein Funktur. Also ganz generell, und da ist es schon ein bisschen abstrakt, also wenn ich jetzt hier so einen Typen habe wie eine Liste, das muss ja nicht unbedingt eine Liste sein, das ist irgendwie ein abstraktes Umhüllen von einem normalen Typen, den ich habe, von A, indem ich dem so ein bisschen Zusatzinformationen gebe. Das kann zum Beispiel sein, ich habe davon mehr wie eine Liste, ein Iterable, das kann aber auch sowas sein wie ein Promise. Das Promise ist auch eine typische Monade, da ist anstelle des Wertes, habe ich irgendwie ein Promise, was mir den Wert erst gibt, wenn er dann da ist. Ansonsten ist das Ding undefiniert. Wäre auch so ein Beispiel. Und der Eric Meyer, der hat so eine Monade jetzt am Wickel, das ist anstatt des Wertes, gibt es nur noch eine Wahrscheinlichkeitsfunktion. Das ist irgendwie die Probability-Monade. Und damit berechnet er dieses ganze KI-Zeus bei Facebook so ein bisschen, also wie kann man da am besten Vorhersagen machen, das ist im Moment so sein Lieblingsding. Also im Prinzip hat so ein Funktor immer die Eigenschaft, ich entpacke mein Ding, wende dann auf das Element oder auf die Elemente meine Funktionen an und dann packe ich das wieder zusammen. Das ist das Typische, was Map macht. Zum Beispiel auch bei solchen einzelnen Elementen beim Iterable. Jetzt kommt die Monade, die ist ein bisschen kürzer. Die nimmt eigentlich, die hat die Funktion FlatMap, also man kann eigentlich sagen, eine Monade, kurz gesagt, ist eine Datenstruktur, die die Funktion FlatMap implementiert. Und FlatMap macht folgendes, kriegt auch eine Funktion, aber akzeptiert nur solche Funktionen, die dann quasi aus dem Typ A schon den neuen monadischen Typ machen. Also diese Funktionen F, die nehmen das Grundelement und packen es sofort wieder ein. Und das typischste Beispiel eigentlich, wo man solche FlatMap-Funktionen ja immer wieder sieht, sind bei diesen ganzen reaktiven Streams. Da hat man ja ganz häufig, ich besorge mir aus dem Netz einen Customer, getCustomer, kriege aber nicht den Customer, sondern erstmal nur einen Promise. Oder vielleicht sogar einen Stream von Customern. Und dann möchte ich aber auf dem Customer meinetwegen getAddress aufrufen. Dann übergebe ich mir dieses getAddress in FlatMap rein. FlatMap würde dann quasi den Customer so lange warten, bis der Customer da ist, dann darauf getAddress aufrufen und getAddress gibt mir natürlich wieder ein Promise von Address. Also das ist so diese typische Funktion, die man eigentlich bei solchen asynchronen Sachen macht, bei reaktiven Sachen. Da schachtelt man mit FlatMap immer wieder neue Netzaufrufe, die mir nie das Objekt zurückgeben, direkt, sondern immer quasi den monadischen Typ drumherum. Und da hat sich das eigentlich bei RX, Java und so weiter dann ja auch viel durchgesetzt. Was auch ein Vorteil ist bei FlatMap, man kann auch theoretisch, bei Map kann man ja immer nur aus einem Element ein Element machen. Bei FlatMap, wenn ich sofort in diesen neuen Typ rein abbilde, dann kann man auch mal aus einem Ereignis meinetwegen drei Ereignisse machen. Oder ganz weglassen. Was bei diesen reaktiven Streams dann irgendwie sogar gemacht wird bei FlatMap ist, dass ich aus dieser alten Serie von Ereignissen eine neue Serie von Ereignissen mache und die dann auch wieder in einem reaktiven Stream zusammenbekomme. Also das möchte ich ja auch alles nicht selbst programmieren. Das ist ja auch schon knifflig. Das ist ja schon beim Iterable ist das ja schon ein bisschen knifflig. Aber bei solchen Zeitkomponenten ist das eigentlich ja noch kniffliger. Also das wäre quasi eigentlich die Monade. Die hat also so vom Interface, wenn man das so sagen würde, hat die quasi eine Funktion FlatMap. Die nimmt einen Typ A, also den Grundtyp und der kann ich quasi eine Funktion übergeben, die aus der Abbildung von A auf den monadischen Typ wieder die Monade zurückgibt. Und ich glaube, ich mache das mal einfach an so einem ganz einfachen Beispiel vor, das wäre dann auch das Letzte, das wäre die, wir können zum Beispiel mal die Optional Monade mal programmieren. Also das Optional quasi in Java ist ja auch sowas, das hat, entweder ist es der Wert oder es ist nichts. Und das würde man ja zum Beispiel in Kotlin, würde man das so programmieren. Sagen wir mal Option, Option, Option. Okay. Cannot create file. Cannot create file. Was war das? Ach, das gibt's. Ach, ja. Das hatte ich vorhin schon mal gemacht. Dann brauchen wir das Interface nicht nochmal abzutippen. Also da habe ich das Interface Monade schon mal. Und jetzt mache ich mal die Klasse Optional. Also die Option, wie gesagt, soll eine Klasse sein, die entweder was in sich trägt, ein Value oder Non. Früher hat man dann in Java, würde man dann Null nehmen, um das abzubilden oder seit Java, ich weiß nicht, wann es das echte Optional in Java gibt, Java 6 oder so, gibt's, oder 7, gibt's das ja. Und das würde ich mal so mal nachprogrammieren. Man würde das tatsächlich hier mit einer Sealed Class machen. Eine Sealed Class hat also in dem Falle zwei Ausprägungen. Eine Klasse, also die Sealed Class, ich nenne sie mal Option, die ist auch generisch und die hat meinetwegen, wir können ruhig mal eine Data Class nehmen. Klassischerweise nennt man die Klasse, die was darstellt, also einen echten Wert Sum. Die hätte also so was, eine Property vom Typ T, die ist also auch generisch und die würde dann quasi eine Unterklasse von Option sein. Dieses Nicht-Element Nun, das braucht eigentlich, kann ein Objekt sein. Da brauchst du nicht viele verschiedene Instanzen von zu geben. Das kann man einfach als Object schreiben, Object meinetwegen None und das ist dann Option von, das kann ich jetzt nicht ganz im Detail erklären, was Nothing ist quasi, Any ist der Typ von allem, wie Object bei Java und dann gibt's in Kotlin, gibt's noch das Gegenteil, das heißt Nothing. Das ist quasi der Typ, der unterste Typ von dem quasi, wo jeder Typ Obertyp von ist und der Typ Nothing an sich ist nichts, das kann noch nicht mal eine Instanz haben. Also ein Nothing-Fragezeichen kann die Null noch haben, weil das Nothing-Nullable kann als Ausprägung noch Null haben, Nothing selbst ist nichts. Wenn jetzt zum Beispiel auch eine Funktion mit dem Typ Nothing deklariert wird, dann kann die nichts anderes machen als meinetwegen unendlich laufen, man kann die auch so deklarieren für so unendliche Sachen, dann kann der Compiler, wenn man die aufruft, schon danach sagen, danach gibt's kein Code mehr. Oder die kann eine Exception schmeißen. Das ist nur, das wäre der Rückgabetyp Nothing. Und das kann man hier auch dafür benutzen. Was wir jetzt noch brauchen, man könnte jetzt zum Beispiel auch hier meinetwegen das schon direkt deklarieren, aber ich mache das nochmal anders. Also seit Kotlin 1.2 müssen diese Klassendefinitionen nicht unbedingt da intern sein, man kann die sogar außen schreiben, falls sie länglicher werden, müssen aber in derselben Datei existieren. Dann kann man hier auch, da muss man das nicht nochmal extra importen, sondern kann direkt Sum von 4 schreiben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich kann jetzt sowas aufrufen, so ein Sum und dann kriege ich hier, weil das eine Data-Class ist, schreibt die mir automatisch im ToString schon richtig Sum und gibt den Value auf. Ich habe also nichts anderes gemacht, als hier so ein Sum deklariert. Genauso gut könnte ich jetzt hier meinetwegen Non schreiben und da glaube ich, da kommt dann nur noch so ein Object-Point heraus, weil von Non gibt es keine tolle ToString. Aber das sieht man ja, dass es Non ist. Was ja jetzt fehlt, das wäre jetzt quasi ein Optional. Das kann entweder einen Wert haben oder eben nichts. Was wir jetzt noch machen wollen, ist ja FlatMap implementieren. Also hier nehmen wir mal FlatMap. Da haben wir jetzt hier von A nach B, das habe ich jetzt hier mal T genannt. Das müsste jetzt von T nach so gehen. FlatMap würde ich auch sagen, die Klasse muss ja erstmal die Monade implementieren. Damit es so, da gibt es keinen Out, dann machen wir das auch so. Und dann sagt er mir hier, was sagt er mir hier? Override. Override ist in Kotlin auch keine Annotation, sondern ein richtiges Statement. So, wie müsste ich das jetzt machen? Die typische Implementierung von FlatMap, von der Option ist ja, also ich nehme quasi, entpackt mein Objekt, führe da eine Funktion drauf auf und wenn das Objekt aber selbst schon None ist, dann kann ich keine Funktion drauf aufführen, dann bleibt das Ding None. Ja, also würde ich jetzt irgendwie meinetwegen auch returnen, when, meinetwegen this, da kann man schreiben, ist None, dann soll das wieder None ergeben und ansonsten, und jetzt ist Sum, dann soll es meinetwegen die Funktion aufrufen mit dem Wert, den es da gibt, Value. Das ist es im Prinzip schon. Was hier schön ist auch, dieses When, achtet auch darauf, dass jetzt hier None und Sum, das sind beide Möglichkeiten der Sealed Class, also ist das When auch zufrieden. Wenn ich eins weglassen würde, würde das When ja hier schon wieder meckern und dann würde da stehen, hier, dass das nicht vollständig ist. Das ist, finde ich, ganz nett an der Sache. Nur mal das, jetzt könnte man das auch mal noch mal zur Ausführung bringen, wir können ja mal einfach in zwei Funktionen mal definieren. Nehmen wir mal einmal so reine Double-Funktion, vielleicht mal Reziprocal, nehmen wir das mal als Fun von meinetwegen Double und da kann man das meinetwegen direkt mal hinschreiben. Gleich, also if, wenn der Wert, also ich erweitere jetzt meine Kehrwert-Funktion, die geht ja bei Null nicht. Ich kann ja keine Zahl durch Null teilen. Also erweitere ich quasi meine Kehrwert-Funktion, indem ich sage, wenn der Wert Null ist, soll ein None rauskommen und wenn es ungleich Null ist, dann mache ich, machen wir daraus einen Sum. Also wenn X gleich Null Punkt Null ist, dann None als Sum von 1 durch X. Fertig. Und das Gleiche könnte man zum Beispiel auch mit einer anderen Funktion machen, wenn man jetzt hier, sagen wir mal so etwas wie eine Wurzel hat, dann könnte ich die auch erweitern, weil die geht ja für negative Zahlen nicht, da soll None rauskommen, ansonsten soll da die Wurzel ausgerechnet werden. Zum Beispiel so. So. Und dann könnte ich jetzt hier theoretisch einfach Flatmap aufrufen und könnte die Wurzel aufrufen und meinetwegen das hinterher. Da müsste ja theoretisch rauskommen, wenn ich jetzt hier mal 4, daraus die Wurzel ziehe, 2 und davon den Kehrwert, müsste also theoretisch Sum von 1,5 rauskommen und kommt auch. Und wenn ich jetzt eins da, eine Bedingung verletze, zum Beispiel hier die Null, dann würde hinten der Kehrwert, weil Wurzel Null ist ja Null, müsste None rauskommen, weil der Kehrwert nicht geht oder ich nehme irgendwie eine negative Zahl, dann kommt hier auch None raus, weil dann kann ich erst gar nicht die Wurzel ziehen. Also das ist quasi der Functional Weg, um solche Sachen zu berechnen und auf die Art und Weise übertragen ja die funktionalen Leute in ihren Monaden viel Zusatzinformationen, zum Beispiel auch State und so weiter, indem man das quasi monadisch einwickelt und auf die Art und Weise auch weitergibt. Aber wie gesagt, also Kotlin ist Functional genug, um all diese Sachen, wenn man da unbedingt Lust drauf hat, um das auch machen zu können. So, ja, Reasons für Monaden gilt, das hatte ich ja gerade gesagt. Das war nochmal die Option. Das gleiche könnte man auch mit der normalen Listmonade machen, da könnte man auch, sagen wir mal bei der Wurzel sagen, es gibt ja plus minus zwei als Wurzel, dann könnte man auch quasi hier anstatt der Optionmonade die Listmonade nehmen und dann Flatmap auch mit den Funktionen aufrufen, dann würde man halt Mengen von Werten zurückkriegen. Man könnte das dann auch weiter implementieren, dass man auf diesen Mengen wieder alle Funktionen ausführt, dann könnte theoretisch das auch immer größer werden. Das wäre ja auch mal eine ganz nette Sache, dass man mal so alle Lösungen mit vielen Lösungen auf einmal rechnen kann. So, auch eine ganz witzige Sache von Flatmap auf Listen, Kreuzprodukt berechnen, geht auch mit Flatmap hier in einer Zeile, könnt ihr euch mal angucken, da braucht man jetzt so ein bisschen, um das sich klar zu machen, aber ich habe ja die Folien zum Download, die könnt ihr auch mal alles durchgucken. Standardmonaden, wie gesagt, da habe ich mal alle aufgelistet, hier, das sind die neuen von Erik Mayer, also da gibt es, wie gesagt, hier die Promises, man nennt das ja jetzt irgendwie, weil bei Spring ist es jetzt das Mono geworden und Flux, bei dieser Webflux-API von Spring bei der neuen und, aber sonst gibt es halt auch, das sind so diese Standardmonaden. Es gibt, das fand ich in Kotlin ganz gut, es gab eigentlich immer zwei konkurrierende Open-Source-Projekte, wo all dieser Functional-Stuff eigentlich implementiert ist, das war Category und Functional oder wie man fangt Funktionale und da hatten sich die Kotlin-Entwickler auch gedacht, das ist doof, weil dann weiß der eine nicht, was ist besser, was nehme ich, die haben sich tatsächlich jetzt zusammengetan und jetzt gibt es irgendein Projekt, das heißt Arrow, das ist so das Standardding. Also da ist alles enthalten, was der funktionale Mensch so an Datentypen und Konstrukten auch haben möchte. Oh, das ist jetzt das letzte Rätsel noch. Kopfrechenaufgabe. Auf die Plätze, fertig, los. Wer bietet noch was anderes aus als 5,40? 15. 15 ist gut. 15, warum 15? Wer hat es ja erst 15 gesagt? Einer hat mich schon. Okay. Ich weiß, es ist anders, das war die Zeit, wenn ich mir nicht mehr zurückgekommen habe. Ja. Genau. Da fällt man natürlich leicht drauf rein. Dieses hier ist tatsächlich auch ein arithmetischer Ausdruck, den Kotlin einfach schluckt. Der gibt auch einen Wert zurück, das ist eine Anweisung, die geht. Aber weil das auf zwei Teilen verteilt ist, ist die erste Zeile endet hier hinten. Also wenn man möchte, dass man das auf zwei Zeilen verteilt, mit Umbrüchen, dann muss man das Plus hier hinten hinschreiben. Weiß ich nicht. Muss ich nachgucken. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nee. Ja, habe ich ja hier. Das Plus ist ja hier hochgezogen. Gibt es da schon ein politisches Konzept, was sowas anfragt hat? Bestimmt. Aber ich kenne es jetzt irgendwie auch nicht. Das ist ja zentriert. Also die Umsteiger hast. Ja, ja, die stolpern darüber. Genau. Das könnte sein, ja. Deshalb eignet sich das auch ganz gut hier für so ein Kotlin-Puzzle. Ja. Jetzt nochmal nur zum Abschied, was man noch so in Kotlin machen könnte. Und da sind auch so, es ist schon eigentlich eigene Vorträge für dann notwendig. Man kann auch wie in Groovy eigene DSL schreiben. Und zwar gibt es sowas für JSON zum Beispiel. Das ist also alles, was man jetzt hier sieht, ist Kotlin-Code. Also wir haben ja eigentlich schon ein bisschen gesehen, anhand dieser Funktionsaufrufe, wo man das Lambda am Ende hinmacht, was so aussieht wie ein Kommando, kann man natürlich hier auch noch viel so in der Art syntaktisch miteinander kombinieren. Also hier, das wäre dieses To, ist auch ein Operator, um daraus ein Pärchen zu machen. Den kann man halt so definieren und dann kann man halt hier auf die Art und Weise dann Syntax-Check-mäßig Jasons generieren. Oder auch HTML. Und für jede von diesen Standardsachen gibt es auch schon eine Standard-Library quasi auf GitHub, die man benutzen kann, die sich da durchgesetzt hat. Für Vardin auch, da gibt es, um diese ganzen Controls zu machen, kann man die auch in geschachtelter Form darstellen. Das hatten wir ja gesehen, das ist ja von dem Kotlin-Test-Framework, das ist auch schon so eine Art DSL. Oder man kann auch so ganz verrückte Sachen machen, dass man, das ist also wie gesagt auch Code hier. Man kann quasi, wenn man sowas modelliert grafisch, und deshalb habe ich auch die Würfel verteilt, ich würde ja ganz gerne als erstes mal anfangen, in meinem kleinen Projekt eine DSL für den Würfel zu entwickeln und auch für die Züge, die man damit machen kann, dass das möglichst lesbar und übersichtlich ist. Wäre zum Beispiel eine erste Herausforderung. Für eine DSL, die wir mal da in diesem kleinen Projekt gemacht hatten, war sowas wie Given-Then-When. Auch das ist Kotlin-Code. Man kann also Methoden-Namen auch, da kann man auch Smileys reinmachen, man kann den beliebigen Text reinschreiben, solange man den hier mit diesem Backtick schreibt. Und man kann auch hier auch das Mitten-Parameter, das wäre quasi ein Methoden-Aufruf, dieses Ding, was jetzt nichts hat, ist zum Beispiel eine Property. Man kann dann hier mit solchen Dingen tatsächlich die DSLs in der Art und Weise formulieren, dass die lesbar sind. Ja? Also eine Frage, wie viele Projekte in der freien Wildbahn in der Firma oder so hast du schon gesehen? Das klingt alles mega geil und toll, wenn ich schön das Ding dort mache. Stellen wir aber vor, dass beim nächsten Unternehmen, was dann auch mit einem Halbepaar-Entwickler hat, wir würden dann fünffahrende Dinge anbauen. Ja, das ist eine Gefahr. Wenn man jetzt zulässt, vielleicht, dann müsste das Team natürlich selbst versorgen. Wenn jetzt das Team aus mindestens einem etwas erfahrenen Clean-Coder bestünde, könnte der vielleicht Einhalt gebieten, dass nicht jeder Entwickler plötzlich anfängt, eine DSL zu schreiben, weil das eben so toll geht. Also da muss man erst mal schon einen Grund haben. Also ich würde DSLs nehmen, die es standardmäßig gibt, um sich dann vielleicht die Arbeit zu ersparen und das einfach schöner aussehen zu lassen, aber auch standardisierte. Also da würde ich auch zusehen, auch was genauso für Extension Functions. Also da muss man wirklich ein bisschen drauf achten. Man hat jetzt hier viele Möglichkeiten. Das ist vielleicht auch das Problem. So, da war ich, so, das war noch das am Schluss, das wäre noch diese DSL und dann gab es noch ganz am Ende, wollte ich noch mal ganz kurz sagen, was es zum Beispiel, da gibt es ja noch die Coroutine, das hatte ich ja schon angedeutet, das ist im Prinzip das Gleiche, um einfach Asynchronität zu formulieren, gibt es dieses neue Konzept der Coroutine, das ist allerdings nicht neu vom Kotlin, sondern das gibt es in der Sprache jetzt ab der Version 1.3 auch etabliert und nicht als Experimental. Das war bisher Experimental und ist jetzt richtig. Da bietet Kotlin übrigens auch ein ganz schönes Feature an. Man hat ja jetzt natürlich überall die ganzen, Entschuldigung, Package-Namen mit Experimental geschrieben. Wenn in der Sprache Kotlin neue Features rauskommen und man stellt um auf die neue Version 1.3 meinetwegen, dann bietet die IDE an, alles umzubauen, falls es da Neuerungen gibt. Da würde es die ganzen Package-Namen umsetzen und eben bei neuen Sprachfeatures das vielleicht auch angleichen. Das ist eigentlich auch ganz nett. So, ja das, also hier sieht man, man kann auch mit diesen Coroutigen so Producer-Consumer-Sachen machen oder auch selbst Aktoren programmieren. Man braucht eigentlich kein eigenes Actor-Framework, das kriegt man eigentlich mit endlich vielen Kotlin-Zeilen auch ganz gut selber hin. Und wie gesagt, das sind so ein paar Idiome im Vergleich nochmal. Also anstatt der Getter und Setter in Java benutzen wir Properties hauptsächlich. Aus Singletons wären Objects. Aus diesem Java-Optional, das braucht man in Wirklichkeit nicht, macht man halt Nullable-Types. Diese Static-Utility-Class, diese ganzen Sowieso-Util, String-Util, Math-Util, das könnten dann auch Extinction-Functions werden und Value-Objektive-Data-Classes. Was war das? Ist da eine Lampe explodiert? Also ich war es nicht. Okay, gut. Ich mache jetzt auch mal wirklich Schluss. Ganz kurz, Literaturangabe, Kotlin in Action von der Svetlana. Finde ich, ist ein tolles Buch für den Anfang. Das hatte ich schon gesagt. Auf Coursera startet der Kurs. Der kostet, ist umsonst, wenn man kein Zertifikat haben will. Wenn man hinterher so ein Zertifikat haben möchte, kostet er glaube ich so 40, 44 Dollar rum. Das kann man auch noch irgendwie ganz gut ausgeben. Hier gibt es Online-Kotlin-Spielwiesen. Übrigens, die Google Cloud habe ich gesehen, da kann man auch jetzt direkt drin Kotlin programmieren. Völlig irrsinnig. Also die haben da auch eine ganze Menge gemacht jetzt. Die wollen jetzt mit AWS, also war auch auf der Kotlin-Konferenz, haben die ein paar Sachen vorgeführt. Hier noch ein paar Web-Links. Das ist jetzt hier meine auf GitHub. Also diese Codeschnipselchen und die Präsentationen an sich kann man hier runterladen. Und wer hier auch mal an dem Weiterentwicklungsprozess interessiert ist, da gibt es irgendwie, der heißt hier Keep bei Kotlin. Da werden auch die ganzen neuen Vorschläge beleuchtet und vorgesehen. Hier gibt es noch so ein paar Einsteiger-Videos zu den verschiedenen Themen, die auch ganz amüsant sind. Auch hier der Hadi, der ist immer ganz lustig. Das lohnt sich mal, sich das anzugucken. Ja, das war's. Ich bedanke mich für eure lange Geduld. Ich hoffe... Gut. Wer hat denn noch eine Frage? Oh, ja. Ganz kurz. Ja? Ja. 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 In einer Java-Klasse eine Kotlin-Funktion. Nee. Da ein. Ich brauche schon quasi... Ja. Also das kleinste Artefakt, was man nehmen kann, ist so eine Datei. Das gibt es ja... Man kann ja in Kotlin viele Klassen auf einmal. Das ist ja nicht mehr so üblich, dass man nur eine Klasse in einer Datei hat. Aber die Datei ist es dann. Ja. Ja, bitte? Die Statistik ist spannend. Man ist jetzt sehr jung, aber dann sehe ich irgendwann mal ein bisschen raus. Über so ein Dermbekäte wahrscheinlich. Ja. Und das guckt dann, wie damals irgendwann ein Dermbekäte man kennt, aber dann spielt das nicht so raus. Und selber kann man da nichts machen. Da gibt es schon ein Versprechen, wie lange irgendwie eine gewisse Sprache. Richtig, genau. Wie gesagt, also das sieht man in diesem Keep auch. Oder man kann das auch auf den JetBrains-Sachen, was Kotlin angeht, sehr viel nachlesen. Die haben da eigentlich viel drüber geschrieben. Es ist jetzt in der Diskussion, weil es wurde jetzt auch auf der Konferenz diskutiert, was ist das Feature, was es am komischsten ist und da kam jetzt irgendwie auch immer wieder mal dieses Companion-Object und da kann ich mir vorstellen, dass das irgendwie vielleicht mal ersetzt wird. Aber ich glaube, das wird angedeutet. Im Moment kommen eher Sachen dazu. Jetzt in Zug, ja. Ja. Das ist eine gute Frage. Also ich weiß jetzt nur, wenn das in die JVM rein kompiliert wird, ist es irgendwie sehr Java-nah. Angeblich wird der Code auch kürzer als entsprechender Java-Code und schneller, weil man auch, man hat jetzt gerade für, die Sprache ist ja letztendlich auch für Android-Entwickler mitgemacht worden und die Android-Entwickler haben ja immer das Problem, dass die noch auf Java 1.6 offprogrammieren müssen oder für Java 1.6 und haben die ganzen tollen neuen Features nicht. Und deshalb hatten die jetzt irgendwie mit Kotlin auch diese neuen Sachen, aber da muss man eben auch auf Performance achten und da gibt es dann auch solche Sachen wie Inline. Man kann also, weil die Lambdas an sich ja auch immer viel kosten, das ist auch in Kotlin noch immer so eine anonyme Funktion, die unten drunter kreiert wird und das kostet immer und kostet und da gibt es auch solche speziellen Compiler, also Sprachfeatures, um das nochmal schneller zu machen. Aber wie das jetzt, wie das Speichermanagement dann genau aussieht in diesem Kotlin-Native, das ist auch noch so jung, das ist schon echt eine Spezialfrage. Ich glaube, das wissen nur die Kotlin-Native-Leute. Ich glaube, das weiß auch nicht jeder von JetBrains, der da mit Kotlin arbeitet. Weil, kann ich leider jetzt auch nicht sagen. Ja? Also der Kotlin-Compiler an sich ist ja schon nicht so schlecht. Ich weiß, nochmal die Frage? Hier kommt jetzt ja bei ICO, der auf der JPM, der auf der Hotspot, JPM mit dem normalen G2, oder wie heißt der normalen C2 Jet-Compiler. Und was hier ist bei Graal-Titler, das ist ja gemacht, die andere Seite sind die Graal-Tit-Compiler umgestellt, und der in den beiden Grund, weil die Skala, die man extrem optimieren kann, die wir in der Hotspot. Und dann sei das so, bei anderen nicht die Gama-Sprache, oder der in der Hotspot. Das müsste ich auch mal nachlesen. Also ich weiß nur, dass die Kotlin-Leute, das eigentliche Kernteam, da schon sehr hinterher ist, so ein Image aufrecht zu erhalten, dass Kotlin also in allem tierisch gut ist. Also auch was Ausführungsgeschwindigkeit und solche Sachen anbetrifft und jetzt nichts, in keinem Ding irgendwie so jahre hinterherstehen möchte. Deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass die sich da schon Mühe geben, aber weiß ich jetzt in dem Bereich auch nicht genau. Eine Abschlussfrage, für wen würde es denn Sinn machen, oder welche Gründe gibt es bei Java zu bleiben und welche Gründe gibt es einfach mal auf Kotlin umzusteigen? Das ist eigentlich ja auch so eine Fragestellung, die man eigentlich, die fragt ja dann vielleicht auch so ein Entwicklungsleiter dann mal irgendwann. Würdet ihr euch trauen, einfach mal Kotlin auszuprobieren im Projekt? Ja? Ja. 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 Das Problem ist, wo viele Leute machen, so viele Koppeln umzusteigen. Also 500 Jahre, die sind einfacher als 100 Koppeln. Also ich meine, 10 Jahre Java-Entwickler hat und draußen ist die 3 Jahre Koppeln. Das ist jetzt trotzdem solche Sachen. Ja. Aber ich sage, bis man so gut da ist, dann würde es das Geld geben. Aber dann wird es natürlich gar keine Evolution mehr geben. Also mit dem Argument, es wird immer mehr Java-Entwickler geben, als jede neue Sprache kriegen kann, die es mal irgendwann gibt. Das ist ja auch ein Punkt. Ja, das stimmt. Ja. Bei uns wäre das eine wichtige Frage, also wir nutzen jetzt schon Proofy, fast alle, sehr viele. Ja. Und es ist ja sehr wichtig in vielen Konzepten. Da ist es ja die Frage, ob Kotlin, wo es eigentlich der bessere Idee ist, ein Problem würde, der so viel besser ist als bei Proofy, das lohnt sich oder so zu evaluieren. Vielleicht ist es doch, der hat einen Kurs von bestimmten Teilen. Der hat einen Kurs von bestimmten Teilen, der nicht so wichtig ist, wie es geht. Ja. Stimmt, ist das dein Argument, ja? Ja. Ja, ich komme aus dem Niederküpfel und bin im Moment wieder ausgerufen, mache jetzt ein Anschlussprojekt in den nächsten Tagen. Ja, also ich glaube dadurch, dass Google irgendwann mal gesagt hat, Kotlin akzeptieren wir als dritte Sprache für Android, hat das eine Riesenakzeptanzwelle gemacht. Seitdem gibt es eigentlich, also da muss man auch sagen, auf der Kotlin-Conf waren 80% der Kotlin-Entwickler auch Android-Entwickler. Also da ist, glaube ich, der Hauptpunkt jetzt zu sehen. Und eben in diesem Multi-Plattform-Ding, wo man sich dann halt erwünscht, dann einen Code für viele Plattformen auf einmal schreiben zu können. Das ist so vielleicht das Ding, ne? Ja. Ja. Also ich habe, es gibt ja, ja, aber ich glaube, das wird sich nicht durchsetzen. Ich glaube, Gradle hat einfach den Fuß drin. Man kann diese Gradle-Skripte auch mit Kotlin-Skript schreiben. Aber da kommt auch wieder die Frage, warum sollte man das jetzt unbedingt? Weil Gradle gibt es jetzt schon eine Zeit, also ich finde immer noch nicht, dass es so super stabil wie Maven läuft. Ich muss immer so ein bisschen rumfrickeln bei Gradle. aber wenn jetzt noch so ein neues Ding dazukommt, ich weiß es nicht, dann hätte ich, ich wüsste jetzt nicht unbedingt einen Grund. Aber theoretisch geht es auch. Ja, ja, das stimmt. Was ich mal persönlich auch noch ausprobiert habe, nur so als Sache, man kann Kotlin sehr gut mit dem, mit Spring verheiraten. Ich habe hier auch mal, vielleicht noch einmal zum Zeigen, so eine Applikation, da ist jetzt Spring Boot drin und da ist Vardin mit drin und da ist Spring Webflux mit drin und da habe ich mal so ein kleines Schachspiel programmiert und das ist dann tatsächlich auch webreaktiv. Ich weiß nicht, sieht man das? Also das wäre jetzt der eine Browser und man kann jetzt hier zum Beispiel noch einen zweiten, einen anderen Browser öffnen, nehmen wir mal den Chrome, kann da jetzt meinetwegen auch Localhost 8080 Chess aufrufen und das ist tatsächlich jetzt mit dieser neuen Spring Sache gemacht, wenn ich jetzt hier im Web und Vardin, also Vardin steht ja immer, man könnte da nur Formulare mitmachen, das ist auch Quatsch, also ich finde Vardin gar nicht so schlecht. Ich kann jetzt hier einen Bauer nehmen und den ziehen und im gleichen Moment ist der auf den anderen Browser schon gezogen. Also das geht irgendwie. Und das sind eigentlich hier, um das in Kotlin zu schreiben, das waren wirklich nur vier Klassen. Das geht out of the box eigentlich ganz gut, muss man sagen. Ja, die Sprache selbst ist aber Open Source. Okay, das verstehe ich auch, aber was will das für den Jetbrands jetzt sagen? Jetbrands wird niemals sagen, nö. Ja, ich glaube schon, ja. Das wäre, das ist eine andere interessante Frage, das weiß ich jetzt nicht. Ich meine, es gibt jetzt, wenn man jetzt bei Spring.io guckt und man lässt sich da diese, gibt es ja diese, um sich die Spring-Projekte da zusammen generieren, Scaffolden zu lassen. Da ist ja jetzt neben Groovy und Java auch Kotlin schon mit drin. Wie gesagt, in der Google Cloud ist Kotlin mit drin. Jetzt bei, also da gibt es jetzt irgendwie auch schon Jetbrain-übergreifende Sachen. Aber das weiß ich jetzt klar. Wenn dieser Hauptpusher wegfallen würde, dann weiß ich nicht genau. Dafür gibt es ja auch viel zu viele Konkurrenten, die dann konkurrenzmäßig pushen. Da gibt es ja Rust, da gibt es Swift und Julia vielleicht noch und die hat sich nicht ganz so, aber Rust und Swift sind ja die stärksten Konkurrenten. Und bitte? Ja, auch noch, genau. Also wie gesagt, wenn man sich mal Swift anguckt, das ist im Prinzip sehr ähnlich zu Kotlin. Und in der Apple-Welt, da hat man bisher immer leidvoll mit Objective-C programmieren müssen und deshalb hat da Swift natürlich jetzt einen viel höheren Schub bekommen, weil die sich natürlich mal freuen über endlich mal eine schöne Sprache. Deshalb ist da der Anstieg, was die User angeht und diese Umschwenk-Bereitschaft auch viel größer als jetzt im Java-Umfeld schon. Das stimmt. Ja? Ja? Ja, da weiß ich leider im Detail nicht so viel. Die müssen das ja selbst nachgemacht haben. Also die müssen quasi, die können ja diese JVM-Mittel nicht haben, müssen die irgendwie in dieses andere System ja rein kompilieren. Also das war auch lange in der Forschung, das läuft jetzt auch schon ein paar Jährchen und das ist jetzt erst quasi eigentlich freigegeben in so einer Version, wo man sagt, Leute benutzt das mal und probiert das mal aus. Also das ist schon sehr schwierig, das stimmt. Die ganze Speicherverwaltung, das ganze Memory-System-Modell, was es in der JVM gibt, gibt es ja woanders irgendwie anders. Und das muss man ja irgendwie gleich halten und kriegen. Ich habe mich auch gefragt, wie machen die denn dann auch Koroutinen in den anderen Sprachen? Geht das überhaupt und solche Sachen? Also da muss ich selbst nochmal nachlesen, was diesen ganzen Native-Bereich angeht. Ja. Ja. Genau. Das, das, genau das. Ja. Ja. Aber ich glaube, das kann man einfach sagen, wir gehören auch mit dem Urlaub, und dann können wir den Rest quasi im Zweifel noch wieder hier besprechen. Dann würde ich sagen, dann schließen wir jetzt mal endgültig. Okay. Gut. Mädchen. Mädchen. Ja? 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 Vielen Dank.